Bruder, die Tasche, ne? Wer ist er denn? Das sieht doch nicht fresh aus. Als hättest du Modegeschmack, Junge. Bruder, du hast ein Einhornbild im Discord drin. Warte, die Klappe. Quatsch mich ja nicht von der Seite an. So rennen die coolen Kinder heutzutage rum. Ich bin einfach Puscher, Junge. Was macht denn der mit meinem Auto da hinten? Oh, ich schluck ein. Zehn Sekunden, Alter. Ich hab schon wieder Hass auf die alle. Der hat Angst vor dir, deswegen ist der weggerannt. Was macht denn der mit der Karre? Wie, was soll der denn machen? Der Burnout ist drin. Ja, und? Warum hat denn der Angst? Weil er gesehen hat, dass wir die Karre genommen haben. Er hat gesagt, das ist seine. Aber du darfst du damit fahren? Ja, hab ich dem auch gesagt. Ja, leg auf. Was geht ab? Nix müde. Ja? Ja. Was geht hier ab seit zwei Tagen? Was ist irgendwas passiert? Nix müde. Warum? Hey. Gestern haben wir gesehen, dass irgendwie Kieselsteine waren bei der Rückers oben. Ja. Warum? Und... Hä? Why? Ja, keine Ahnung. Und dann sind die Leute von uns zu den Rückern hingegangen und haben gefragt, ne? Ja. Und... Die haben dann nix gesagt oder... Haben auf jeden Fall den Jungs von uns das nicht erzählt. Ja, und, ähm... Dann war gestern die Bomben bei der Jamestown hier. Was haben die denn mit Jamestown zu tun? Keine Ahnung. Die haben mich an die Wand gestellt oder so. Ähm... Was war noch? Warum haben wir gestern noch ein Gespräch gehabt? Was mit der Grove? Wir haben nix. Seid ihr nicht mal hingefahren? So ein Quatschen. Doch, 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 doch. Das Bademeister hat er gemacht. Der ist da hingefahren. Der hat zu dir gesagt, äh... Jungs. Wir machen und tun hier im Süden und wollen hier so ein bisschen aufbauen. Ne? Ja. Wir wollen hier Sachen öffnen und so einen Scheiß. Und, ähm... Wenn ihr andauernd irgendwelche Cops hier irgendwo runter führt und hier die Ballereien macht, dann sieht das schlecht für uns aus mit dem Business. Ähm... Die haben noch gesagt zu denen, die sollen das jetzt sein lassen und so einen Scheiß. Bin ich mal gespannt. Und irgendwann haben die dann wohl erzählt von wegen, ja, seid ihr jetzt Hausmeister hier oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Fack mich nicht. Nö, aber wir haben das Recht, das zu sagen. Vor allem, wenn die fünf Monate verschwinden, nur irgendwelche Autos tun und dann auf einmal wiederkommen und so acten, als wenn die eine Terrororganisation. Ja, ja. Dass die hier die Cops durch die Straßen jahren. Weil wir lassen uns von dem nicht kaputt machen, was die aufgebaut haben. Eben, eben, eben. Nur weil die Schwachsinnig dumm sind. Eben. Und außerdem liegt mir auch ein bisschen was da am Herzen mit dem Cody, ne? Ja, das kommt Downer dazu. Ich möchte nicht, dass der irgendwie in irgendeiner Art und Weise, ähm, dass der kaputt gemacht wird von dem, weil der sowieso schon eigentlich ziemlich schwer hat mit dem Laden, ne? Das kommt Downer dazu. Egal. Du musst dir überlegen, halt, die Cops kommen dann halt zum Beispiel auch hier runter und kaufen bei dem halt auch Essen und Trinken. Und die verteilen den einfach irgendwie Soft-Side-Verbot oder so an den Cops. Ja, die sollen sich mal im Kopf fassen. Ich hab übrigens ne Idee. Aber wenn der Bademeister da war und das geklärt hat oder das auch angesprochen hat und die trotzdem kommen, weil die sich denken, jo, bei uns kickt's im Gehirn. Wir haben keinen Bock mehr auf Werkstatt und jetzt machen wir eben Faxen. Dann lass die kommen und dann mit Hass. Scheißdinger. Ja, sowieso. Ach, sowieso. Das sowieso. Wir bauen hier nicht alles aus und machen Codys Laden und gucken, dass das Unicorn läuft, damit die Southside belebt ist und damit die Dioden wieder kommen können und alles kaputt machen können. Dafür würde ich sogar sterben. Das wird niemals passieren. Die sind sowieso nicht in der Lage dazu, irgendjemandem hier das Haushaltsverbot zu erteilen, glaube ich. Dafür waren die viel zu lange weg und haben dann viel zu lange an Autos rumgeschraubt. Naja, wenn's um die Koppers geht, kann jeder sagen, verpiss dich. Finde ich. Aber ich finde, glaube ich, dass du zu den Cops, also das sind Cops, was es in der Staatsmacht. Ich glaub nicht, dass du denen irgendwie das Haushaltsverbot erteilen kannst. Ja, aber darum müssen die Koppers sich kümmern. Ja. Hallo? Wenn die zu dumm sind, sich darum zu kümmern, dann kannst du die vergessen. Naja, du? Ja, komm mal gleich mal. Warte auf jeden Fall. Ähm. Ich hab ne Idee. Wenn ausgebaut ist, ne? Ja. Komm mal mit. Schreib mal ein. Warte. Oh, der Pein hat mich angerufen. Wenn das alles ausgebaut hier ist und so ein Scheiß, ne? Hab ich die nächste Geschäftsidee. Was denn? Oh, die Werkstatt hier. Was, das Motorradwerkstatt, ne? Nee. Doch, es ist für ein Mopped nur. Fahr mal rein. Ja, aber wir können die ja umbauen. Ja, aber die Lackierhalle ist zu klein. Ja, ja, pass auf. Und da kommt nämlich der Clou, den ich habe. Da vorne. Hier links, die Halle. Im Prinzip. Einfach Junkie World. Im Prinzip, ne? Gott muss da rein. Da müssen Hebebühnen rein. Werkzeug. Und Lackierkabine. Das war's, richtig? Ja. So, es gibt keine Werkstatt, die bisher LKWs lackieren kann, bis auf Lonely Gentleman. Monopol. Monopol. Wäre dann hier nicht mehr mit. Also, dann wären die kein Monopol mehr. Weil, guck dir an, wie groß die Halle ist. Ja, aber du musst auch die LKWs da reinbekommen, ne? Ja. Das ist doch gar kein Problem. Willst du hier eine Rampe bauen? Entweder baust du hier eine Rampe. Eine kleine, die direkt da dran ist, ne? Oder? Lässt das Tor hier vorne einfach, also, größer bauen. Kann man machen. Aber das wird kosten. Aber, ja, okay. Dann austräumen machen wir ja dann, wenn, dann wieder selber. Ja, ne, ne. Nicht das wird teuer. Aber so Hebebühnen sind teuer. Ja, die werden wahrscheinlich teuer sein, klar. Aber, wie viel brauchen wir? Drei, vier Stück. Maximal. Eins nach dem Angler nimmer. Ja, ja, aber das ist halt so eine Idee, die ich noch habe. Aber wir können jetzt schon mal sparen. Das ist halt so eine Idee, die ich halt im Kopf habe, ne? Dann wäre halt diese Monopolstellung von Ding im Zweck. Auf jeden Fall. Dass es überhaupt ne Monopolstellung gibt. Ja. Das ist schon so blöd. Ja, ja, ja. Vielleicht wird das jetzt sowieso staatlich auch nur unterstützt, dann, wenn wir das mal machen oder so. Glaubst du aber selber nicht, dass der Staat uns hilft? Naja. Das Ding ist halt, es gibt nur eine Werkstatt, die sowas macht. Der Staat ist bestimmt daran interessiert, wenn es auch noch eine zweite kann. It's only game. Why you have to be mad? Ja. Oha, Mila. Was zum Teufel? Hey, das ist cool. Wirklich, spiel das mal. Was ist der Schick? Warte mal, die Alice haben da vorne was hingespielt, ne? Ich leide mal den Soundtest im Stream, ob der zu laut ist. Oh, was steht da? Das seh ich nicht. Da steht Ratzmann, ist der coolste. Willst du jetzt boxen, Juni? Ich schreib hin, Ratzmann ist dumm. Ey, wer geht mit Jadis knettern? Was sollst du aber? Was geht ab? Was geht ab? Kann ich ne Umarmung haben? Wie kommst du mit? Jak auch? Ähm, eine Umarmung, aber natürlich doch. Ähm, was hättest du gern für einen Umarmung? Oh, okay. Na gut, hier, bitte schön. Oh, wie geht's dir? Komm nochmal. Hast du was zu essen? Äh, äh. Ach, ne, warte, wir haben ein Dings hier. Ja, aber so. Aber, warte, 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 warte. Ja, bitte. Hm, ich will, ich will haben einen Chickenburger und vielleicht noch, noch einen Chickenburger und ich nehm auch, äh, ein bisschen Cola nehm ich auch noch mit. Was sagt er zu der Jacke von Mila, die die anhat? Wenn ich mal durstig werde, das gelingt mir immer gut. Oh, wir haben Twinkies auch hier. Oh, die haben da unten mich auch ein. Okay. Ich hab fertig. Sag mal, der Sound war zu leise von der Spraydose. Ja, ich muss darauf achten, wegen Dings, ne? Wegen den Ingame-Dinger. Weil sonst übersteuere ich. Warte, ich spiele die Nummer ab. So sollte aber passen. Es gibt kein, ach so, kein Tinkerbächtchen auf Tasche. Not my Kush. Stört sowas nicht, Mann. Meine Fresse, Junge, ey. Das ist ihr Privatgrundstück, Mann. Hey, ist das die neue Ginger-Farbe? Aber der war nett, oder? Weiß nicht, aber der Kopf ist richtig motiviert da vorne. Aber, aber, aber der war nett. Oh, ich glaub, Mila hat sich verliebt. Der hat gesagt, dass Mila eine süße Stimme hat. Einfach Augen zu machen und zu hören. Ja, ich finde ihre Stimme super süß. Gerne. Machst du meine Einten, Junge? Bist du jetzt ein Brett oder gleich? Kannst du direkt mitboxen, Kollege. Also, sie nehmen mal den Steggefinger, hier oder? Mit der Fensur würde ich mich gar nicht erst trinken, zur Arbeit zu gehen, ey. Geil. Es beruhigen sich alle mal wieder. Wenn sie einmal für mich mal ganz kurz die Gesichtsmaskeung abnehmen könnten. Wenn du an meinen Finger riechst, mache ich das. Ich rieche nicht an ihrem Finger. Dann werden wir wohl nicht aufhundern kommen. Alles klar. Komm, wir können auch das ganz normal und friedlich klären. Was haben sie denn? Danke, perfekt. Ich wollte doch nur mit ihnen reden, Mensch. Ich habe doch noch gar nichts gemacht, oder? Lass das Privatgrundstück erst mal nicht. Fingern aus meinem Gesicht raus. Das riecht doch gut, oder nicht? Komm, seht aber nicht so. Der steht ja mal schon, Mann. Ich sage es dir, Alter. Woher bist du überhaupt? Warum bist du so gut auf? Also. Allein gezogen, Alter. Die Herren. Red nicht, der finde dich geil. Das ist illegal. Der macht Augen zu uns. Hör zu. Also. Ich skipp den Ding, der ich so gucke auf. Das regnet sich doch scheiß Stein auf. Hä? Hä? Danke. Bist du, bist du fein, oder? Was ist es hier? Mach dich mal weg, Junge. Das ruft Frequency. Wehm ist das? Wehm ist das? Du wirst recht gejumpt, Kollege. Das Frequency, Junge. Gejumpt, Kollege. Genau. Wir jumpen alles und jeden, Mann. Ich saß hier. Okay. Du bist dein Kollege, steht hier im Kreis, Junge. Hm, kannst du da sehen, du. Du bist hier der Kekse, oder was? Die, Junge. Ah, wir sind voll so krank, Tante. Banzi. Besser ist das, Mann. Besser ist das. Das geht hier alles in eine Richtung, wo ich mich überhaupt nicht mehr wohlfühle. Ey, Jungs, könnt ihr jetzt weiter boxen? Was macht denn die Büchse hier? Ich möchte, ey, einer von den beiden, die sich hier klatschen, will, äh, will einer von euch beiden Anzeige schreiben. Hä, warum? Ja, dann schlagen sie sich weiter. Gegen sie. Schlagen sie sich weiter. Boah, mach's weg, Junge. Ekelhaft, Alter. Mach's auf meiner Leitung, du Birne. Lass sie sich doch gegenseitig die Fresse einhaunen, habt ihr weniger zu tun, wenn der Schmutz sich selbst ausradiert. Und dann, hör auf, Sachen mit Eis zu sagen, uns fick ich nicht. Ja, geil. Ei, okay, er hat jetzt hier schwul aus, wir hauen ab, tschau. Bis was, Ladies? Er faked. Er hat was gegen Homo-Shit, oder was? Digi. Und die wundern sich, wenn wir die verhauen, ne? Merkt das schon, Mann. Kann ich jetzt meinen Schnippeltuch wieder aufsetzen? Parkverbot, jetzt tell me. Hopp. Ich bin gestorben. So, ich markier jetzt erstmal den Baum, der wird wegrasiert. Ich bin erschrocken, Junge. Du kommst mit dem Trommelfeld geplatzt jetzt, telle mich. Da kommt ein Ickseln, der wird weggemacht. Ganz einfach. Was für ein Büchse hier? Ich wollte mal Hallo sagen. Ach so. Das ist doch der Büchse. Oh, ich dachte schon. Du halt deine Scheißfresse. Boah, ich hasse den. Boah, ich hasse den. Johnny ist sauer. Warum redest du so laut? Hm? Nee? Nee, nee. Ich dachte gerade, da hat sich jemand verkleidet, man. Deswegen. Also was? Hm? Also was verkleidet. Wie? Ah, warte. Oh, ich hab Durst. Ich muss los. Der Baum ist tot. Jetzt bin ich verwirrt. Boah, Johnny hat einen Double gekriegt. Er hat kurz gedacht, dass Zahn in Minatas ist. Johnny! Du musst das Ding drehen! Naja. Ich bin auch mal wieder weiter. Ich bin drüber. Hau rein, Büchse. Oh Gott, Johnny. Oh Gott, Johnny. Oh Gott, Johnny. Das darf nicht sein. Johnny. Mit Jagd, glaub ich. Johnny. Bitte. Johnny. Donnerblitz. Feuerschurm, los. Guck. Lass dich mir lange mit ansehen. Der muss irgendwas einsetzen, damit Jagd sich vor Verwirrung selbstverletzt. Ich kann das nicht. Lass die Jane holen. Lass Johnny in Ruhe. Du Hund. Wo? Ich mach gleich hier, ne? Feckel mach ich gleich, Junge. Skuss, 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 Skuss. Du bist doch auf Drogen. Hm? Johnny kriegt da hin. Ich sag dir, die boxen sich bis morgen noch, Mann. Wie? Locker. Johnny setzt den Armhebel ein. Du willst doch nicht gegen Raucher verlieren. Der Verlierer muss einen Schluck aus dem Brunnen nehmen. Ja! Skuss, Skuss, Skuss! Gott. Gott. Der nicht gehirn, Bruder, der nicht gehirn. Justin, Dankeschön für WeStop am 14. Und MS, Dankeschön für den Prime 12. Chucks LP, Dankeschön für den Prime 5. Bimpoli, Dankeschön für den WeStop 19. BCE, Boomer, Dankeschön für den Prime 15. Planet X, Dankeschön für den Prime 24. Syrah, Dankeschön für den Prime 9. Der Kryze, Dankeschön für den Prime und herzlich willkommen. Und Dakshiki, Dankeschön für den Prime 7. Geht hier schon wieder ab, Alter. Ist auch richtig kaputt, oder? Ja. Kann man eine Tanzgruppe machen? Ich will nicht gegen dich, Bobs. Ja, Caro. Ich sag meinen Background-Tänz, okay? Okay. Okay, das ist der Hoover Park hier. Du hast schon hier gelegt. Dafür werde ich dich jetzt auch legen. Was ist schon wieder los hier? Ähm, es gibt Ärger. Also. Und es kommt noch viel härter. Oh, danke. Vielen Dank auch. Ja, sehr hübsch, sehr hübsch. Danke. Dankeschön. Ihr habt, ihr seht auch schön aus. Ihr seht schöne Menschen. Danke, danke. Welcher ist heute? Ähm, heute ist der 18. Zweite. Donnerstag. Guten Tag. Na, du hast angerufen? Ja, weil du angerufen hast. Wann hab ich ihn angerufen? Was? Zwei, drei Tage oder so? Und dann rufst du zwei, drei Tage später zurück? Ne, ich hab immer zwischendurch, also ich hab jeden Tag einmal probiert. Aber ich weiß nicht mehr, warum ich angerufen hab. Das weiß ich auch nicht. Deswegen hab ich ihn nochmal angerufen. Vielleicht wegen dem Dingsbums Typen da? Na, da hattest du gesagt, dass du dich nochmal meldest. Ja, stimmt. Weil Fischer überlegen sollte wegen den Spitznamen. Ja. Ich glaub, der hat aber nix mehr. Außer Spongebob. Und was hat er gesagt? Refill. Okay. Ist dir noch was an dir gefallen? Ich hätte ein paar Sachen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die weitergeben soll. Because of you need money. Nö, nicht wegen dem Geld. Sondern weil... Ja. Ist halt immer gefährlich, ne? Soll ich dir was Gefährliches von mir erzählen? Was auch keiner weiß? Dass du einen Bauchnerl-Piercing hast? Ne, hab ich gar nicht. Was denn? Ich hab mal eine Nacht mit deinen Jungs eventuell auf irgendwelche Leute geschossen. Hast du mal eine Nachtschicht dabei? Ja. Kein Scheiß? Kein Scheiß? Frag Bademeister. Weiß dein Papa das? Nein. Ja, aber wenn ihr euch doch so gut versteht, wo hapert's denn dann mit den Informationen an? Ja, das war halt früher, wo es halt auch gut lief. Ja, aber es läuft doch eigentlich immer nur gut. Nur, dass ihr alles Dieben seid. Ja. Und Kling und Bademeister alle total im Kopf sind. Ja, also ich krieg ja auch mit, dass die halt mit den anderen reden. Also von daher, für mich ist das okay. Ich find das nicht so dramatisch. Dass die halt mit Krüger oder so mal quatschen. Oder mit Matthewsen mal Schach spielen oder so. Ja, hier laufen ein paar Dinge, die sind sehr komisch. Bist du am Wochenende da? Ich bin immer am Wochenende da. Ja, sicher nicht. Ich bin nie jedes Mal da. Außer den seit Mittwochs, da hab ich Super Nintendo. Ah, da hast du Super Nintendo, okay. Ähm, ja dann lass einfach mal am Wochenende treffen und ein bisschen quatschen. Okay. Okay? Bis dann. Bis dann. Bye, I have a good time. Warte. Ah. Stopp da. Sag mal, ich weiß, du wirst mir vielleicht nicht erzählen, aber warum haben in letzter Zeit so viele Leute immer Bleche dabei? Was haben die dabei? Bleche. Bleche? Ja. Also mir wurde letztens, boah, das ist aber schon lange her, auch eins in die Hand gedrückt, der hat mir oft gesagt, woher das kommt. Ja, woher das kommt, das weiß ich. Aber was wollen die hier draußen damit anfangen? Naja, du benutzt ein Blech, um gewisse Dinge drauf zu raufen. Zum Beispiel Heroin. Schore. Oder packst dein Döner da rein. Auf ein Blech, packst dein Döner. Ja. Das ist doch kein, das ist so Dings. Das ist nicht richtiges Blech? Zum Verarbeiten? Ja doch. Das ist das Ding, so ein Blech wird genutzt im Knast, um Löffel herzustellen. Daraus werden Löffel gemacht. Also das ist schon eine Blechplatte, so gesehen. Ja, dann benutzen die Leute die, um daraus Messer zu machen, aber du kannst ein Messer auch kaufen. Ja, deswegen macht es ja keinen Sinn. Was ich in der Hand habe, war kein Blech. Das war so Alufolieblech halt. Zum Schore raufen. Weiß nicht. Hä? Woher weißt du denn, woher das kommt? Ne, weil wir, woher das kommt, weiß ich ja, weil es im Knast ist. Und außerhalb vom Knast kann man kein Blech kaufen. Nicht, dass ich wüsste. Also ich wüsste nicht wo. Ja, nicht diese Form von Blech, was soll ich denn sagen? Du weißt, was ich meine, du Penner. Vielleicht kann man ein Legsaltblech kaufen. Ja, da musst du Fischer fragen, Gott weiß ich nicht, ob man ein Legsaltblech kaufen kann. Ich glaube, damit kann man, also, ich habe nur nichts gehört, dass man da mal irgendwas anfangen kann. Ja, weil, komischerweise ist auch das Interesse bei manchen Leuten höher, jetzt mal wieder länger in Haft zu sitzen, anstatt Geld zu zahlen. Was kann man denn aus dem Blech machen? Ja, das ist ja die Frage. Also, keine Ahnung, ich habe schon die kuriosesten Theorien. Vielleicht kann man da mit der Munition irgendwie, kann irgendein Typ da mit Munition herstellen oder so. Blech-Munition. Ja, vielleicht ist das halt Bestandteil, weiß ich doch nicht. Was ist... Keine Ahnung, ich höre mich mal um. Warum findest du das witzig? Munition aus Blech. Mann, ja, oder Teile einer Waffe, weiß ich doch nicht, Magazine, keine Ahnung. Ja, das kann natürlich gillen, ne? Weil es gibt ja auch Waffen, die mit einem 3D-Drucker gemacht werden und die so beschießen können. Ja siehst du, vielleicht kann man den Munition auch aus einem 3D-Drucker machen. Aber warum sollte man sich die Mühe machen, solche Waffen zu produzieren, wenn man Waffen kaufen kann? Ja, vielleicht sind das hochwertig... Also, na gut, hochwertig aus Blech... Baugleich, ne? Mh, danke ich selber. Ähm, ja aber keine Ahnung, vielleicht kann damit irgendjemand ein bisschen schneller schießen oder so, ich weiß es doch nicht. Na, schneller schießen kannst du nur, wenn du dich duckst. Mann, du weißt, was ich meine, du Spaß. Ich frag mal Juni oder so gleich, vielleicht müssen die mehr... Ja, okay. Okay. Wir hören uns dann einfach am Wochenende. Hau rein. Hau rein. Puder, Alter. Wer schmuggelt denn da Bleche aus dem Knast, Alter? Was willst du denn mit Bleche draußen? Als ich das letztens in der Hand hatte, dachte ich, das wäre für Heroin oder sowas. Goldschürfen. Hehehe. Oh, Dexos, ey, du Pappnase, ne? Ja, keine Bretter mehr verteilen, Bleche verteilen. Warum kann ich Supermonster zerstören, aber keine Felsen? Das ist doch dumm. Was für Supermonster. Hat einer was von irgendwelchen Blechen mitbekommen? Dass denn die Bleche rumgehen? Gibt es keine Bretter mehr, wenn das Bleche verteilt? Oh, jemand von uns hätte doch mal Bleche verteilt, oder? Mir hat letztes Mal auch jemand ein Blech gegeben, aber wofür sind die gut? Das wüssten wir auch gerne. Weil anscheinend gibt es da Interesse, die Dinger aus irgendeinem Grund. Ja, bestimmt. Löcher flicken auf jeden. Vielleicht kann man sonst aus Blechen machen. Poladosen. Der Hauptverein hat mir gerade gesagt, vielleicht gibt es jemanden, der aus Blech Munition macht. Ja, klar. Hat er dann aber auch selber gemerkt. Wer hat dir das gesagt? Ich meine, hat er dann auch selber gemerkt, dass es unseren ist. Kann man damit Werbevielfütteln? Der ist schon ein bisschen dumm, oder? Der ist schon dumm. Wo geht man dann gleich hierher? Aus den Tiggas. Ey, da vorne richtig läuft. Ich glaube, dass ich, nee, das, was ich letztes Mal bekommen habe, haben die aus dem Gefängnis geschmuggelt. Ja, ja, aus dem State. Ja, ja. Da habe ich auch Connections. Wenn man da bei Rauchung sagt, ich sage bloß Verscheid, dann mache ich die ganzen Laster voll mit dem Scheiß. Ja, aber was macht man damit? Ja, keine Ahnung, warum... Ja, Munition hast du gehört? Ja. Wahrscheinlich, Alter. Kannst zusammenknüllen, die Dinger an selber werfen. Aber wie gesagt, das Gerücht geht ja schon lange rum, aber glaub mir, da sind schon die größten Wissenschaftler hier untergegangen. Aber die Gangster, die kriegen das hin, Junge. Ja, 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 ja. Waren drei Jahre Sonderschule, Junge, die wissen das. Oh, scheiße. Ich glaube, die wollen mal Kaugummi, das explodiert, das ist gar kein Problem. Du bist nur eine Tannen. Der ist ein Einhornkauf für seine Perle. Genau für die Tante. Warum holst du mir kein Einhorn? Weil ich dir schon 500 Tiere verkauft habe, Dings, gekauft habe. Ach ja, wo ist mein Jaffe? Ach, Mann, wo ist dein Mops? Wo ist dein Mops? Wo ist dein Mops? Wahrscheinlich klebt er wieder an irgendwelche anderen Mädchen, weil der mich nicht übt. Sehen wir vom Mops oder vom Curtis? Nein, vom Mops. Er klebt an Tilka. Vom Bumblebee. Für andere Mädchen. Bumblebee? Ach stimmt, den gibt es ja auch noch, wo ist denn der? Ja. Der alte Rutsch. Was ist das für ein Lacher, Junge? Das war keine Lache, der Herr. Zum letzten Lach. Das war Luft holen, Alter. Was geht ab, Bierpolle? Was geht, Trinkpäckchen? Ja, was geht, Bierpolle? Du hättest angerufen. Wohl oft habe ich angerufen. Ja, aber stinklang war ich und da habe ich gedacht, ich rufe meinen Bruder mal an. Ja, aber geht zur Zeit nichts ab? Nee, wir spielen im Tiki-Lala. Ja, so ein Eröffnungsding. Jetzt gerade? Ja. Und geht da was ab? Ja, da ist gerade einer, macht einen Auftritt. Komm, Ruben, ich gebe dir ein Haus, Junge. Nee, ich habe Musikallergie. Nee. Ja, ich kann keine Musik hören und kriege Pickel am Rücken. Aha. Also bist du so einer. Bist du nicht so einer? Ich bin nicht so einer. Das sagen sie alle. Ja, ja, und hinten rum, du, dann geht's ab, du. Ja, wann machst du denn heute so? Da weißt du noch nicht, mal gucken. Wenn irgendwas abgeht, sage ich Bescheid. Ja, mach das. Alles klar. Mach's gut, Minion. Lass dich anquatschen. Ja. Komm, mein Bruder. Tschüss. Ich habe Freunde. Aber wenn du den Hut nicht abnimmst, dann bist du ein Einer mit Downs drin. Mach mal nicht so Schnute. Ich bin ein Einhorn. Michal, du lässt heute Abend auf. Oh, shit, Alter. Mach mal Wuff, Wuff. Wuff, Wuff. Perfekt. Wir haben uns geprügelt. Ich habe den Jagd weggeboxt, ja. Ja, brutal sah das aus. Explosion hier und da. Ich würde dich spannen. Wie macht der Elch? Wie viel Leidenschaft die das macht. Die gibt alles. Die Mila und ich haben zwei richtige Psychopagen kennengelernt, ne? Wer? Mila und ich. Ihr beide? Ja, so einen dreckiger Herbert und dreckiger Dean heißt der. Mit denen sind wir letztes Mal Nachtschicht gewesen. Die haben alles ausgelockt. Dreckiger Dan, nicht Dean. Oder Dan. Die haben alles ausgelockt. Oder dreckigen Mike. Ich kenne aber den dreckigen Mike. Au. Der ist noch dreckiger. Das ist der Vater vom Ticke. Der macht der Getafe in den Prius. Der hat gar kein Plan, wovon wir reden, Dinger. Doch, 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 doch. Weißt du, was man mit dem Blechen anfangen kann? Bitte? Mit dem Blechen? Nee. Was ist jetzt mit der Sache mit Fischer? Haben wir machen, sagen wir nee oder sagen wir was? Nee. Keine halbe Million? Klar, Geld ist Geld. Wofür eine halbe Million? Ja, dass wir da Infos rausgeben. Nee, das bringt doch nichts. Hast du da letztes Mal mitgebracht? Warum? Wir kriegen doch Geld. Ja, aber lass dir erst Geld geben. Ach, der hat bisher immer bezahlt. Als ich mit BT bei dem war, mit dem Fallen hat er auch Geld gegeben. Ja, aber ist das nur, das Geld, was wir da raus haben, wollen wir auch noch einen anderen Nutzen davon haben. Ja, das Gerüst aufbauen, was wir gesagt haben. Hm. Also, mir ist egal. Für welche Info brauchen wir? Von dem Typen, der sich mal, wenn der das überhaupt ist. Aber ich kann halt, ich hab halt nur diese Info. Ja, aber ich würde da nicht den Burger-Bratter erwähnen. Nur das oder so nicht. Probier's, das kannst du probieren, aber... An und für sich bin ich, hab ich eigentlich gar keinen Bock mehr auf die Scheiße da. Ja, dann scheiß drauf. Sag ich dir ganz offen und ehrlich. Das ist so ein, ein Hin und Her und ein Unter und Über. Wer atmet denn da so laut, man... Ah, dann, wir will Sturm. Ich bin da geschlafen. Alter, ich will auch so ein Assio. Auch ein Unser. Schwambel, hast du einen Schlüssel für den Schlagen? Ja, warum? Willst du den behalten? Ja. Ja, wir haben schon Schlüssel nachgemacht. Aber auch noch wer Schlüssel. Was ist das für eine Karre, die da hinten steht, in der blau? Das ist die D10. Ui, Memo. Ja, warum krieg ich nur Schlüssel? Ja, wenn er fragt, ich mach Schlüssel. Schlüssel, 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 Schlüssel. Ich hab ihn gehört, der denn. Ist das deiner, Sporre? Das unserer. Nice, nice, nice. Wie findest du den, James? Hast du keinen Schädling für den Schlag? Du brauchst sein. Ja, ich schon. James, komm, James, wir müssen nachmachen gehen. Ja, okay. Brauchst du einen, Schoko? Nee, ich hab gestern den Nachmachen nachgemacht. Und wer einer fährt die Kau und stellt ihn nicht wieder dahin? Genau. Ich hab ein Dreirad. Dann wird hier geschlagen. Ah, Mann, so. Oh, die Jungs. Wie willst du denn schlagen ohne Auto? Hallo, warum schließt ihr uns aus? Lass uns mal rein hier. Der wie eine Minecraft-Form ist. Komm, komm, nur los. Irgendwie ist das halt voll laggy. Spicey, danke schön für den Wii-Sub mit dem Prime im 16. Und Dexas, danke schön für den Host mit 103 Kuba. Wunderschönen guten Abend. Und Basti, danke für den Prime im 16. Und Lady, danke für den Prime im 15. Nightfox, danke für den Wii-Sub im 45. Und Ludi, danke für den Wii-Sub im 15. Ja, bitte schön. Was machen wir heute? Fick im Kreis, die. Dann lass mich mal überlegen. Wir können den Kreis auch einfach zu Caudis verlagern und dann stehen wir dankbar. Wir haben jetzt eine Couch und alles und stehen immer nur im Kreis. Ja, oder? Ach, auf die Couch. Das ist das nur für eins live. Ja, Mainboot ist wieder kaputt. Ich... Bist du ein Huhn, oder was? Ähm... Wann... 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 Wann willst du denn jetzt... Was denn? Mann! Ich zieh deine Bremse. Lass mal fahren. Ja, hier. Danke. Witze. Bebe. Uh. Kurz aus dem Junkie-Park wegfahren, zu gucken, ob das besser wird. Kann sein, dass das Feuer da schuld ist, weil das frisst echt, wie ich laufbar ist. Ja, jetzt ist es besser. Ist der Junkie-Park schuld oder Jamestown wieder? Ja, das ist ein Scout. Ja, das ist ein Scout. Ja, das ist ein Scout. Ja, ich glaube, wir müssen ein Feuer wegmachen. Das hat fast so viel FBS. Möchten dann seiner ja mal Bescheid sagen. Mit der Bitte. Und die Lampen sind auch total verbackt, leider. Vielen Dank. Ich hab da Schuhe SM7B. Boah, das ist echt heftig hier. Ich hab da Schuhe SM7B. Nein, Bruder, mein Mainboard ist nicht kaputt. Das liegt an den Dings, an dem Feuer im Park. Aber ja, war ein Gigabyte-Boat, was kaputt gegangen ist. So was ist illegal, gut. Da bist man eine Minute weg, alle weg. Hä, da hinten steht Cousin JFK. Wo? Da hinten. Wer ist der? Hallo? Was geht ab? Ist Danjo da? Da rennt irgendwo rum. Nein. Boah, hier rennen aber echt viele rum. Wenn's die Mats ne Fahle geben würde. MDK Gibbett, also kannst du bauen, ist kein Problem. Mira, ich hab alles angesprüht, ne? Ich bin grad da vorhin eingefahren und hab einen Kupferholt angesprüht, während die Kupfer neben standen. Keiner hat was gesagt. Ich hab von dem Typen diesen Tempester angemalt. Was denn, JFK? Ja, was denn, ey? Ja, was denn? Warum legst du das Fahrradahelm? Was zum? Hier sind da Seesterne drin. Was willst du? Ja, bitte schreien doch lauter. Hallo? Enkel? Spreist du oder winkst du? Ich spay. Was denn du? Das brauche. Ich schreibe bei Lil' Pipsen. Und du bist Toasty. Toasty. Richtig. Warte, dann muss ich das durchsteigen. Mal noch einen Schwanz. Du hast ein Schwanz? Ja. Wie sieht denn einer aus? Nach einem vom Punkt. Okay. Warum hast du so eine Ponymaske auf? Weil ich bin ein Einhorn und always I wanna be with you and make believe it's true and live in Harmony. 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 Ähm. Ja. Kennst du die Spiele? Was für ein Spiel? Na, Robot Unicorn Attack. Robot Unicorn Attack? Ja. Nee. Da spielst du ein Roboter Einhorn. Na, sowas spiel ich nicht. Ich spiel nur Geister. Geister? Tag Z. Manchmal. Tag Z. Manchmal. Ja. Und das war's? Ja. Das nicht war, du Lügenball. Was spiel ich denn noch? Na, hey, de. Ach, stimmt, hey, de. Ja. Hast du übrigens Sahne? Ob ich Sahne hab? Ja, ein Maisküchlein. Warte. Welche Sahne brauchst du? Ja, Sahne halt. Also kein Käse. Nur Sahne. Was ich glaub schon, dass ich Sahne hab. Ja. Wie viel Sahne brauchst du? Ich bauch. Warte, lass mich kurz gucken, ja? Halte ein, bitte. Meine Sahne bauch ich. Für mein Schiff. Ich bauch also echt Viehsahne, ne? Unendlich eigentlich. Aber du musst mir nicht unendlich geben. Sag ich, wenn du mir 20 gibst. Aber ich hab nicht 20. Wie viel hast du denn? Ich hab 5. Okay, nehm ich. Dann komm in mein Job. Ich komm in dein Job. Bist du? Ich bin da, ja. Kauf. Danke. Aber jetzt mach ich halt wieder aus. Ja, okay. Weil da spielen nur Loser. Hä? Hä? Weißt du was? Komm. Da hinten ist ein... Was ist da hinten? Hä? Was ist da hinten? Ein Anwaltsmann, da können wir auch spülen. Was willst du nur spielen? Bühnen. Was spülen? Bühnen. Pssst. Pssst. Na. Ach. Du weißt schon. Achso, sprühen. Ja, haha. Sag ich doch. Dann komm. Also 100 Mal sagen, ne? Ja, links hab ich schon gespürt. Oh. Bin ein echtes Pony, ne? Hm. Mach aber schnell. Mach aber schnell. Willst du die drinnen aussprühen? Peel noch. Ja, auch noch. Aber jetzt aber fix, bevor wir kommen, ne? Was kennt ihr denn unseren Namen? Komm schnell! Ja! Da vorne ist was. Ja. Das ist doch der Helikopter. Ist doch nichts. Ja. Schade. Schade, Momlade. Schade, Momlade. Ist das jetzt der Magenzeichen in der einen Maske? Äh, äh, oder? Weil die haben nämlich die gleichen Zähne. Von mir gar nicht. Aschow. Wer war Aschow? Von wem? Von, ein Doktor. Der hat Zähne. Von Doktor Oetka? Äh, 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 äh. Nein. Du hast mir doch mal so doll ins Gesicht gehauen. Ach, mach jeden Tag. Ja, aber jetzt kannst du das jetzt alles schön fest. Und wenn nicht, dann nehm ich einfach raus. Komm, wir mal in das Auto probieren wollen. Das hab ich grad schon angemalt. Ja. Ja. Haha. Das bekommt er gar nicht mehr. Was hat denn dann schon wieder für Probleme? Ups. Oh, das juckt. Oh, ja. Willkommen. Oh, ja. Schön. Schön. Echt. Äh, ja. Oh, ja. Das sieht nicht gesund aus, ne? Äh, warte. Das, was du da machst. Was mit deinen Schultern? Boah, Alter. Hast du Haschisch für Habub? Habub hier, der braucht Haschisch. Alles kein Problem. Haschisch. Haschisch, Bruder. Wir brauchen Haschisch. Hasch, Hasch. Hasch, Hasch. Für Habub. Haschisch. Was machst du mit Latif? Latif, Latif. Als würdet ihr heute zum ersten Mal eure Hände benutzen. Macht ihr auch. Soll ich dir mal gleich meine beiden Daumen in deine Nasenlöcher stecken? Komm mal her. Hey, das ist für mich Sankt Puppe Garnier. Wie gebe ich immer in meinen? Gleiches Nasen zu. Dann redet er so. Hast du mich begonnen? Hm. 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 Hä? Nein. Das wird kein W temperament, der besser. lah. Atatsch. Ja. Ok, wow. Schon noch ein Prinzlicher. Valorant Ist der Bruder von CESGO Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll Bist so bescheuert Will ich mal benehmen? Kappe Ich halte doch meine Kappe am Kopf, Junge Hast du wieder mitbekommen, die Streetfellers wurden vertrieben Ach nicht, wo sind die jetzt? In Westside? Keine Ahnung, das weiß ich nicht Aber die sind die, keine Ahnung Wer sind denn Streetfeller? Ja, so Die Mahuva hießen und dann hier in Badens gewohnt haben Die haben nur in Eastside gewohnt und dann Eine Woche, nicht mal glaub ich Die Straßenmiete war zu hoch für die Dann sind die abgezischt, haben ihren Namen geändert Und jetzt, keine Ahnung, wo die sind Und jetzt, keine Ahnung, wo die sind So war die Straßen bitte gar nicht 100k? Ja, geht doch Ja Tarn Tarn Die müssen 100.000 die Woche zahlen Ja Damit die da wohnen dürfen Ja Andiadis, ne? Ja Dann kannst du keine erzählen hier, Alter Da würde ich lieber sterben, anstatt sowas zu zahlen Dass die sich nicht schämen, ne? Wir sind von heute an die Hoover Ne, ne, wir sind jetzt die Streetfeller Sagst du was, Alter? Mit ein bisschen Haschi, ich bin ich anders Mit ein bisschen Haschi, ich bin ich anders Ich geh mich umziehen Am Motto Ja, ja, Davinci hab ich schon vor Ich glaub Montag hab ich das gemacht Ja, Montag Ich glaub ich zieh mal lecker Shit an Geht sich jetzt hier sowieso alles immer nur Mode Boah, ich hasse es, Alter Also komm zu und dann gibt's hier auch kein Dings mehr Ich freu mich schon drauf Ja, Junge Was ist das denn? Du gehst, guck mal Ich fahr dich, ich fahr dich, komm Wer ist das? Lass dich fahren, Junge Diese scheiß Dreckskopf haben mir meine Karre abgeschossen Oha Ach, die Cops haben deine Karre Ja, dann kriegst du dir auch noch So, nett Noch einer, der die Cops nicht leiden kann Warte, warte, warte Haben die Cops deine Karre oder Äh Die Cops haben meine Karre Oder hast du dich stehen lassen? Ja, dann ist sie direkt da drüben Aber er muss zum PD Er kriegt das dann ja nicht so raus Nee, muss er anrufen Anrufen und da drüben warten Oh, Alter, das steht Okay Ich danke euch Kein Ding Kein Ding, Bo Bye Hau an, Alter Alter Shit Alter Shit Ja, 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 ja Da du Coper Wollen wir die choppen? Ja, aber ich geh dir den Karren anmalen Ist so eine Signalfackel eigentlich Fuck, die sind reingefahren Ihr Idioten, ihr habt mir meinen Plan versaut Was? Ich wollte den jetzt im Ding in Sandy Shots absetzen Hahahaha In der Wüsten In der Wüsten Sorry Sag dir doch, sag dir doch Das zweite Verwahlstelle Die ist näher dran Da fährst du dahin, Alter Näher dran Raffst du selber da in so, Junge Der springt bestimmt aus dem fahrendem Auto raus, Alter Was ist das der, Alter, ja, 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 ja Kann sein, dass er eine langen Meile hat? Ja! Warte, ich fragte, ob er den Auton hier im... Ey! Wo war das? Hey, warte! Was? Hallo! Daddy? Wo ist er denn? Warte, Andrew, ich klatsche gleich mit meinem Deut um, ne? Komisch! Wallah, Wallah, bei den Korani wird er jetzt ein Kollege von mir sein! Willst du malen? Ja! Hm! Komm mal kurz her, beide am besten! Was denn? Wir haben Geschränke geschlossen! Dann geben wir schon mal Schlüssel! Schlüssel! Was für ein Schlüssel? Der von unseren Autos! Da tappt er ja nicht, oder? Nö! Boah, ich hab genug Schlüssel! Ja, jetzt hast du noch ein bisschen mehr! Oh Mann! Okay! Jetzt kriegst du aber rosa Autos! Ui! Hey! Hier! Ein Täubchen! Löff mal rüben, weil ich hab auch noch nichts! Äh, hier hast du noch! Digga, Dunjo, verpiss dich hier! Ui, hallo! Geh doch mal jetzt zur Seite! Boah! Naja, du bist jetzt mal verwechselt! Ach, komm, ey, warte mal! Du brauchst einen Kennzeichen, würd ich sagen! Ich brauch für die Karre Schlüssel! Hier! Halt! Hört es! Warte mal stehen! Boah, ich war, passt vor, du dumm Kopf! Ja, dann warte kurz! Machst du's gleich! Jetzt ist eh schon vorbei! Ja! Weil du hast mir nen Namen gerufen, Schwachkopf! Ach, das war nicht laut! ... Oh-oh! Die kommen nicht. Komm, Mann, hier alles voll. Ja. Wom ist das auf? Wom ist das? Du brauchst eine Maske. Bist du! Bist du? 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 Die größte Jahre ist ein Kuppa-Auto am Mahlen. Können wir hier mal was zu trinken oder heute verdursten? Nimm das Schuhstinkepädchen. Let's go. Uns hat keiner gesehen. Ah, hab ich dir jetzt eigentlich die Schlüssel gegeben? Ne, ne? Wollte es noch keiner bekommen von mir, ne? Weiß nicht. Töne meinen Bauch das schnell. Äh, warte, ich tue das. Mila kriegt auch noch Schlüssel. Und für Mila. Ja. Was ist denn da zum Schlüssel? Ja, hier. Da riecht an Vaseline. Ne, Vaseline benutze ich nicht. Hier. Dankeschön. Ja, da wird er... Ja, komm. Ja. Gerne, 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 gerne. Waren wir? Ja, wir laufen da hin. Ah. Dann meinen wir die Polizei das an. Und dann, wenn die kommen, rennen wir weg. Okay. Hast du keine Maske? Ähm, doch die Pferdenmaske. Ja, dann zieh die auf. Wir gehen jetzt alles bomben. Warte, lass das hier crossen. Das sieht hässlich aus. Hast du gar nicht gesagt. Hast du gar nicht gesagt? Hast du gar nicht gesagt? Wenn mir sowas sehen, nimm dir mal drüber malen. Okay. Das Konkurrenz. Funktuelles. Okay. Davon müssen wir vorsichtig sein. Scheißkarre. Alles anmalen. Little Pips. Ich mache mal ein kleines Herz im Zoo. Davon ist ein Körperhautos. Davon. Davon. Ich mache mal ein kleines Herz. Oh, weißt du, was krass wäre? Was ist das? Wenn wir ein Helikopter da oben malen. Boah, ja. Das wäre richtig übel. Kommen wir da hin? Ja, man kommt nur von denen da hin, oder? Weiß nicht. Vielleicht können wir mal fragen, ob wir uns den anschauen dürfen. Und dann lockt einer von uns den Polizisten ein bisschen weg, wenn der andere dann schnell spült irgendwas. Ich glaube nicht, dass uns den einer zeigt. Komm. Da müssen wir aufbasteln. Mhm. Willst du auch die Scheibe vorne bemalen? Nee, aber vielleicht Mutterhaube. Nein, ich meine bei dem Polizistenbier. Ach so, ja. Komm. Also, sag dann nicht die Autos, ne? Oder auch die Autos? Auch Autos, oder? Okay. Wie geht's? Magst du? Das war's. Was geht ab? Was machen da? Los, 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 los! Komm schnell! Verfolgt er uns? Du musst mal mehr lauter reden! Ich glaub, er hat schon verloren. Okay. Oh, komm mit! Was schön ist denn? Mhm. Komm, klettern hier! Ich kann mich nicht festhalten! Warte! Oh, ich auch nicht! Dann komm! Hm, vom Wegen! Blügner! Meine mit! Blügner sind da! Das Auto? Äh, ja! Ich mach hin, dann! Okay! Oh, das sind ganz viele! Wenn wir da hingehen, dann laufen wir da rechts in die Gasse, okay? Wenn die kommen? Ja! Okay! 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 No, Pritzauro. Die Scheibe auch noch? Ja, und die Tür da oben. Komm, die Tür. Pass auf, dass keiner wischt. Ja, guck mal, da drin sind viele. Oh, oh. Ja, so, oder? Haben Sie keine Ahnung, wie das kostet, der Zauber zu machen? Batschmann mög wir sein. Der hat uns angemeckert. Ja. Wenn der wüsste, dass wir alles begrenzt haben. Was für Toten. Komm an den Panerwagen. Ui. Da kannst du sowas hinmalen. Ja. Wir sind Künstler. Sollen wir zum Panerpark? Wir könnten das Krankenhaus ohne beschmieren. Ja. Warte dann. Unter Böcke, oder? Brennst du hin? Mal. Mal. Ja, oder? 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 Die Person gestellt westlich für's Würfelpark. So da her. Dann ziehen sie einmal die Maske aus dem Gesicht. So, ich würde ihn dann erstmal... ...gern Fasson anlegen, so. Das ist mein Cousin, was hat der getan? Du Schwein, was hast du getan? Da kann ich ihm helfen. Einmal die Maske abnehmen. Achso, ja, das auch. Kein Problem, kein Problem. Bumm, ist schwindelig. Lass die Dame! Oh, Mila meint! Hahaha! Dann wollen wir die Maske abnehmen. Hahahaha! Sauber, Mila! Riecht gut! Ich kann nicht mehr! Bei mir pfeift die Lunge! Ja, da hättest du nicht weglaufen müssen. Boah, ich poise meine Kippe! Duftkerze, auch. Geht schlecht, mit Hände aufm Rücken. Zum Glück mutier ich gleich zum Anwalt. So ins Gangstag. Nein, mach Spaß! Ähm... Boah, ich kann nicht mehr! Ja! Gut, äh... Was dagegen, wenn ich was in ihre Taschen gucke? Nee! Aber ich hab... Nee! Haben die irgendwas dabei? Ich hab zwei Waffen dabei. Zwei Waffen? Ja, gut. Aber nix Schwitzes oder so. Und meine Spraydose. Aber die ist fast leer. Spraydose, okay. Das ist hier massiv, aber hallo? Hallo? Nix passiert mal. Hallo? Dach? Dach? Das ist immer noch in meinem Problem. Aber Emma, die wollen mir gerade hier anschmerzen, dass ich hier irgendwas in PD gesprüht hab. Was? Du hast da in PD gesprüht? Ja, ich hab mit dem Fahrrad hingekommen. Da sagt er, der hat mich dabei gesehen. Also wer mir neu, wenn der Önkel hier irgendwas mit der Sprühdose macht. Hat er auch, ja. Heilige Böhm-Böhm! Was soll mein Cousin hier gemacht haben? Ich hab gesprayt, die haben mich erwischt. Ja, da wollte ich gerade nachfragen. Daraufhin wurde ich hier festgenommen fast. Ich hab gesprayt, die haben mich erwischt. Und frisch geteilt. Ich, ich kann dem eine Lektion erteilen. Lassen Sie mich denn, ich mach das mit dem. Komm mal mit, Freundchen, wenn ich dich in die Ferne bekomme. Aufwitz, ja. So knüppel die Polizei gleich wieder. Nee, du bist zuhause geknüppelt von uns. Ja, ja. Warum? Ich kann das für Sie erledigen, die Herren. Ja, das erledigen wir schon, vielen Dank. Ach so, okay. Das erledigen wir schon, vielen Dank. Ach so, okay. Das erledigen wir schon, wahren fahren. Der wollte nicht umfahren. Habt ihr das gesehen? Ich muss dann der Strafe zahlen. Hallo, mach die Koppersenwürste halt ab. Wir machen doch gar nicht. Da kommen immer mehr. Merkt ihr nicht? Alarm! Darf ich Ride Alone mitmachen? Äh, nein. Nee. Darf ich mich bewerben? Selbstverständlich. Wo ist das? Wo muss ich dafür hinkommen? Ähm, ja. Ich mach eben mal eben kurz die Handfessel ab, damit sie mir meinen Ausweis zeigen können. Oh, hier ist in deiner Auge. Geh mal lieber. Lass mal lieber. Ah, Hallöchen. Darf ich Ride Alone? Lass mal einen Schritt zur Seite gehen. Nicht, dass ich dir die Handfessel für sich anlege. So. Lass die mal da vorne arbeiten. Einmal die Handfessel. Ah, die haben einen Ausweis. Bittschönen. Dankeschön. Was hast du? Abgeschlossen. Herr Kusch. Ja. Hast du... Hast du alles von einem Sandsturm? Oder zieht ein Sandsturm auf? Äh, was haben sie denn dabei gedacht? Äh, hinten da an dem... Ich dachte, es gibt künstlerische Meinungsfreiheit. Ja, aber nicht an öffentlichen Gebäuden, wo, sagen wir mal, Behörde. Ach so. Am Behörden geboren. Ach so. Ich wollte euer PD verschönern. Ja. Ja. Das könnten sie aber machen, indem sie vorher nachfragen, oder? Richtig. Das stimmt. Und wenn sie das verschönern, würden wir uns über einen anderen Text freuen. Ach so. Mögt der Little Pips nicht als Tag? Wieso Little Pips? Da stand irgendwas von Fug, hat mir der Kollege gesagt. Das... Das weiß ich nicht. Ich hab... Ich sag euch nicht, was ich geschrieben hab. Können die Hände erstmal runternehmen. Solange sie nicht hier Widerstand leisten, muss ich ihnen auch die Hand fresseln erstmal nicht anhandeln. Ich leiste keinen Widerstand. Okay. Gut. Wie ist denn der Vorname von dem Herrn? Curtis Kusch. Oh. Haben wir das Geld ab? Hallo. Boah, da hast du fast noch ein Polizei-Hoto weggebombt. Äh, was cool, Alter. Da hast du nur ein halber Schwanz drauf. Psst, die hören uns. Komme ich einmal hier einen Ausweis von der Dame? Meinen? Ja. Ja, aber natürlich doch. Äh... Obst du runtergefallen? Hier, bitteschön. Jetzt hab ich ihn vor. Mila Morgan. Boah, ich muss mich hinsetzen, kann nicht mehr. Mila Morgan? Genau. Die geile Sau. Mit A am Ende. Wie der Captain Morgan. Da ist mein Papa. Das klingen sie ganz gerne, oder? Achso. Nee, das ist mein Papa. Nee, das ist mein Papa. Hm. Okay. Gut. Dann einmal einen kleinen Moment. Ja, natürlich. Herr Kusch, können Sie mir denn sagen, wer die zweite Person dabei war? Wir waren nur zu zweit. Tatsächlich. Herr, wir waren wirklich nur zu zweit. Wir haben also Fuck Police raufgesplayt am PD. Da haben sie zwar zwei Schreibfehler drin, heißt den Fuck Blois, aber trotzdem ist das auch geschehen. Also das mit den, äh, U-Police haben sie dann geschrieben. Das hab ich nicht gemacht. Ich war das. Und ich weiß, dass ein Schreibfehler drin seid. Wann seid ihr denn auch noch Lehrer? Naja, wir sind keine Lehrer, wir haben das wohl festgestellt. Ja, haha. Wie kann man den Fuck falsch schreiben in der Dummkopf? So, sie dürfen gerne weiterfahren. Was ist los mit Latif? Äh, nehmen wir sie mit und dann einfach hier schicken. Hä? Ich. Ich hab das nicht absichtlich falsch geschieben, okay? Ein Moment. Warte, ne, das wird nicht. Ich hab das. Ich hab das. Bist du in die falsche Richtung, dumm Kopf. Das heißt, bei dem Herrn und der Dame? Du bist in die falsche Richtung gekommen. Ja. Mich haben die nicht bekommen. Bei dem Herrn wäre das Sachbeschädigung, bei der Dame Sachbeschädigung und Beleidigung. Beleidigung? Wo? Wer hat wen beleidigt? Äh, ja mit, äh, Fuck, äh, Polizei. Das heißt doch nur, dass wir Sex haben sollten, nur im Freundinnen. Das ist aber schön. Wenn wir das so gleich gesagt hätten, dann ist das selbstverständlich, dass nur, ähm, Beleidigung ist. Äh, Sachbeschädigung. Gut, können wir das schnell auflösen? Wir geben jeweils eine Sachbeschädigung. Das wäre ein Bußgeld von jeweils zweieinhalbtausend Dollar. Wir waschen, haben das eh eine abwaschbare Farbe. Da spritzen wir einmal dagegen und dann passt das. Bam! Aber der ist doch glitzig. Der ist doch schön. Und wir machen es so, sie kommen mit uns. Okay, aber können es zahlen, ja? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Wir können das anders machen, sie kommen jetzt mit uns mit, helfen uns das abzuwaschen vor dem PD und dann passt das. Oh. Müssen wir dann nichts bezahlen? Dann, äh, lassen wir es doch bei einer Verwarnung. Okay. Machen wir das. Aber dann müssen wir zwar mitkommen, fahren sie mit uns mit. Ja, okay. Tschüss. Dann helfen sie uns das abzuwaschen. Haben die denn einen Buß einmal? Da hat der Weib kaputt. Das zeigen wir ihnen dann. Okay. Gut. Machen wir das so. Haben wir schon? Ja. Gut, dann gehen wir mal. Hier, die Unit schnappt sich jemand und dann fahren wir kurz hin und machen wir das. Unsere Unit steht auf der anderen Seite vom Büffelpark. Wer ist mir hinterher gerannt? Der Blonde, ne? Äh, ich glaube ja. Boah, der hat nen Ausdauer, leck mich am Arsch. Boah. Junge Hüpfer noch. Ich bin da ja auch noch hinterher gerannt, ich muss das Auto stehen lassen. Du meinst, wir müssen nur wascheln, ist alles gut. Okay. Wo muss ich einsteigen? Hier in das Auto gleich. Hier bei uns. Boah, sogar sofort waschen. Ja. Ah, Mila hat fuck the police falsch geschrieben. Boah, ich kann nicht mehr. Meine Wampe schwitzt. Blake? Ich mag das. Mach den der Officer jetzt. Aber war das nicht voll cool? Niemand sonst hätte sich getaucht nochmal zu kommen und zu spülen. Ja. Wie krass. Also wenn sie was sprayen wollen, dann können sie das ja gerne machen, aber dann klären sie das vorher mit uns ab und bitte was Vernünftiges. Okay. Okay. Wir müssen jetzt alle Autos hinten sauber machen und die Fassade. Ja. Ei, ei, ei. Boah. Ja, dann lass uns hier vorne anfangen, oder? Wir brauchen erstmal einen Wurzeimer. Und Wasser. Und damit bring ich euch einen Köbel mit Wasser und Spüli. Ja, man gute AP lösen, finde ich gut. Ja. Hast du mich gesehen? Hast du gesehen? Hast du gesehen? Wie ich weggerannt bin? Wie du geschnappt worden bist, habe ich gesehen. Ja, der Typ, der Blonde. Boah, der war übelg schnell. Könnte nichts machen. Der hat nur ein bisschen Wookie-Talking da geworfen. Mich haben die nicht bekommen. So, dann warten sie hier einmal kurz. So, so. Oh. Oh Mann. Werte Dame, werte Herr. Entschuldigung. Wuck. Fuck. Police schreibt man nicht mit F-U-G. Ich kann. Oh Mann, das tut mir leid. Und Police heißt auch nicht Pleus. Ich krieg noch ne Entschuldigung. Oh, oh, jetzt kommt der Fischer. Also, ich will nicht dem Herrn Fischer mitteilen, dass sie hier unser FD verunstaltet haben. Deswegen, wie der Kollege schon gesagt, kriegen sie gleich einen Eimer mit Wasser und Seife. Okay. Gucken sie mal, dass sie das schnell abbekommen. Aber wir müssen alle Autos hinten sauber machen. Oh, das ist natürlich, das ist ja noch super. So, ich denke mal dann, also wenn sie das machen, sage ich es auch nicht dem Herrn Fischer. Oh, oh. Boah, das ist echt viel, na. Na dann, gucken sie, dass sie das schön sauber machen und dann soll das aus der Welt sein. Ja. Andere natürlich, außer die Einheit hier links, nehmen wir noch was anderes dazu zu sagen. Ne, wir holen jetzt schon einen Eimer mit Spüle, dann machen wir das. Ja. Na dann. Folgen sie mir mal. Viel Erfolg. Können sie gerade dem Kollegen folgen? Achso. Ja. Okay. Bringt sie zum Reinigungsraum. Komm hinterher. Du machst sauber, ich guck zu, okay? Ne, du machst sauber. Oh, du hast viel mehr Rechtschreibfehler. Boah, na und, das ist ja wohl voll nicht anzählen. Oh, hier war ich noch nie drin. Bezählt in Rechtschreibfehler. Ich nicht. Ach du Scheiße. Oh je. Schau so, da können sie jeweils ne Bürste nehmen. Ich nehm mal Klobe bimmelt. Ich nehm mal Seinigungsmittel. Und hier sein Schuber nehm ich, okay? Wir haben für die Scheiben vom Auto. Ja. Ich nehm mal ein. Nehmen sie deswegen Handschuhe mit. Was so? Handschuhe? Wo sind da vorne sind die bestimmt? Hier. Genau. Boah. Oh, nicht solche Handschuhe, die sind doch kacke. Boah. Meine Hände reagieren ganz komisch auf diese Handschuhe. Ich kick dann Bubba blasen. Boah, ich fühl mich wie der Typ von Free Willy, der muss da auch sauber machen, nachdem der alles weggespritzt hat. Okay, wir sind soweit. Putz-Golonne. Okay. Gut, dann gehen wir raus. 20 zählen. Yay. Das ist alles dein Schuld. Du wurdest gefasst. Du wurdest gefasst. Woher kann ich denn wissen, dass Justin Bolt hinter mir herrennt? Damit musst du hängen. Die haben hier eine Top-Aufbildung. Der Typ war nicht menschlich. Das ist ein Cyborg. Das merkt man doch. Wir müssen wieder teamieren. Am Sportplatz. Bundesjugendspiele. Für Zeit. Diesmal mehr als eine Teilnahme. So, die Scheibe können wir wohl sofort anfangen. Hier haben wir gesprüht. Das würde ich auch vorschlagen mit dem Fanghören. Boah. Dann mal schuppen. Wie machst du das? Du hast so eine Technik dafür. Du musst einfach hin und her schuppen. Einfach so? Ja. Ich bin sehr motiviert, siehst du? Du musst doller machen. Das geht nicht weg. Doch das geht wohl so weg. Schön auf die Ecken sauber machen. Nein, so geht es nicht weg. Das geht wohl so weg. Das geht überhaupt nicht weg so. Na klar. Boah. Guck mal. Du musst auch ein bisschen. Aber auf die Ecken sauber machen. Habt ihr zwei hier rumgesprüht? Nee. Warum habt ihr das gemacht? Ja. Wir haben nicht. Wir wurden nur gefasst. Aber wir haben nicht gespült. Ich hoffe. Ich krieg dieses Fisch als Dumm nicht hier weg. Ich bin kein guter Lehrer. Ach, jetzt geht's weg. Jetzt geht's weg. Ey, jetzt brauche ich aber nicht. Was soll das? Die ganze Zeit werde ich hier runtergemacht, nur weil ich einen Echtscheibfehler gemacht habe. Vielleicht zwei oder drei oder vielleicht auch vier an den anderen Autos. Aber das ist doch egal. Habt ihr Autos bespült? Alle Autos, die hinten standen. Ich geh besser rein. Besser ist das. Da sind die beiden Schwänze. Ich mach hier sauber. Äh, was? Nix. Nix. Nix halt, Schwänze, oder? Nee. Okay, und die Scheibe ist wieder sauber. Mir fehlt noch ein bisschen was. Da fällt noch ein bisschen was. Das war vorher nicht. So, okay. Nee, Spucke geht am besten. Bisschen mehr Motivation. Das hat Papa immer gesagt. Immer wenn ich meinen Scheibtisch sauber machen muss. Okay, mehr Motivation. Ja, das gefällt mir besser. Ja, sauber machen. Warte, willst du die beiden nicht ein bisschen motivieren? Schub, schubbeldub. Schub wie abends im Bett. Schub, dubbeldub. Schubbeldub. Jetzt sieht man dabei nichts mehr. Jetzt sauber. Ja. Bitte bang. Jetzt nur noch 17 Autos. Ach du Scheiße. Ich war feierabend. Ich auch. Dann gehen wir mal hinten. Das ist der Fischer des Böse. Jetzt haben sie Glück gehabt, wenn der das gesehen hätte. Wir sagen nicht, dass wir das hinten auch gemacht haben, oder? Ich hab nichts getan, ich schwör. Mali, aufpassen. Ich hab hier keine Graffiti zu sprayt. Ach, das ist nicht mein Hund. Warte mal. Mali! Mali! Hey! Riech mal hier! Haben wir hier Drogen? Wir sagen nicht, dass der hinten auch... Wenn der mir riecht, dann kippt der und so viel gekifft habe ich. Hallo? Ja? Dann sagen wir das? Das ist aber kein Riechner schlabbern, Mali. Hey, lass Mali, der ist ein guter Mann. Ja! Du bist wieder Kacki, Mali. Ich glaube, Mali nimmt das mit dem Token zuwalt nicht. Oh, Mali. Ja, lass dich drüber reden über Mali. Also, das hab ich vorher gemalt. Was habt ihr da alles drauf gemalt? Schwänze. Das sind aber nicht nur Schwänze. Da mach ich sauber. Zack, zack. Oh, ich hab Schwanz drauf. Oh, der Schwanz ist besonders hart nix hier. Mann, ich sollte echt mehr konzentriert sein bei Arbeit. Das muss doch schnell gehen. Oh, der kam mit Blas aus meinem Mund. Sie können doch gerne das Wasser nehmen, dass ihr neben euch stehen habt im Kögel? Alles gut. Stimmt. Mach dir auch gleich weiter. Geh mal kurz was zu essen holen. Hm. Ich nutz den Kratzer auch hier, ja? Ich bin Cody. Oh, jetzt ein Katz an Scheibe. Egal. Boah, guck, wie ich am Wischen bin. Guck, wie ich am Wischen bin. Und am Katzen. Okay. Okay, die Seite ist wieder sauber. Gut, dann können sie grad zu den nächsten Autos gehen. Oh, da ist ein ganz mieser. Da hab ich aber mehr. Da hat er sogar Adern. Da hab ich mir echt Mühe gegeben. Da. Und wer hat die Banane bei dem Auto in Ausbruch geschoben? Nein. Das waren wir nicht. Ganz bestimmt. Wir nicht. Nein, nein. Ah. 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 Es ist nur ein Spiel. Warum musst du dir schuld sein? Ach ja, und da kam noch ein Polizist rausgefallen. Den haben wir auch angesprüht. Aber der ist weggefallen. Wir haben einen Polizisten angesprüht. Aha. Nein, das Auto von dem. Ein privates Auto oder das Polizeiauto? Boah, ich glaub, das war ein privates. Ach, das. Ja. Nicht mein Problem. Das so wird blitzeblank. Ich hör. Ja. Oder seht ihr irgendwo noch grüne Farbe? Das ist ja nicht zu genau. Die Dame hat bei dem einen schon in Kratzer an die Scheibe gekommen. Ah ja, dann okay. Ja, dann. Nachher haben wir nur zur Kratzer Scheibe. Es ist nur ein Spiel. Warum musst du schuld sein? Ja. 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 Das dauert jetzt drei Stunden. Eigentlich müsste man jetzt irgendwie ein Foto schießen. Ja. Ja. Das dauert nur ein bisschen bis wir durch sind. Wir haben jetzt alles voll gemalt. Sieht eher so aus, als würde ich das Auto versuchen zu knacken. Ist doch so, Davinci. Mein Arm ist schon ganz scharf. Und das ist erstmal die Kleinigkeit. Hinten ist noch mehr. Ach du Scheiße. Ja, und das Auto in Parkhaus, ne? Ach, und das in Parkhaus auch. Ja, ihre Freunde habe ich auch was gegeben. Trinken sie auch erstmal was. Sie haben bestimmt schon ganz drunkenen Mund. Danke. Das ist alles deine Schuld. Das ist deine Schuld. Du hast dich schnappen lassen. Du hast dich schnappen lassen. Ich war frei wie ein Vogel. Und dann bin ich gekommen. Dachte ich selbst noch einen darf. Bin cool wie ein cooler Mensch. Und dann wurde ich geparkt. Nur wegen dir. Ach, schau. So, das sieht da wieder gut aus. Mhm. Besser wie vorhin. Das ist da vorne am München angepasst. Da haben sie auch Glück. Das ist das Auto von unserer Hundeeinheit. Da haben sie auch Glück. Da habe ich gesehen, dass ein Auto fläckig ist. Der wäre ausgerastet. Aber hinten müssen wir hin. Ja. Ja. Da hinten? Ja, hinten am Pedil. Okay. Und da vorne in der Garage ist auch ein Auto. Ach, das ist mir egal. Das ist aber auch ein Pizza-Auto. Polizei-Auto in der Garage? Ja. Ja. So ein großer Van. Ja, den sollten wir unbedingt vielleicht auch sauber machen. Oh. Warum? Ähm, wenn das der ist, den ich denke, ist der von einem Chief. Ach, pfff. Chiefs, oder? Wer braucht die schon? Ja, das sehe ich zwar genauso, aber ich würde gerne weiter arbeiten. Okay. Ich habe keine Lust, suspendiert zu werden. Wir machen auch alleine sauber. Und hinterher sind da noch mehr Schwänze auf den Scheiben. Nein, danke. Außerdem werden wir ja dafür bezahlt, wenn wir sie begleiten. Das stimmt. Und so lange schenkt keiner auf. Aufpassen, die Raffen streiten. Der rennt einfach rüber. Ja, weil hier müssen Fußgänger dürfen laufen. Äh, hinten auf dem PD-Parkplatz. Nur Autos müssen aufpassen. Code 2. Was heißt Code 2? Ähm. Sicherheit. Alles in Ordnung. Wie hieß du? Boah, alles nur wegen dir. Wegen dir. Wegen dir. Du bist feinste Richtung Rand. Ich bin voll gut gelaufen. Ich kam weg. Zu dir Info. Du bist weg. Du bist weg. Du bist weg. Dein Spaces sehen aus wie Scheiße. Du bist ein Toy. Du kannst nicht gut sprayen. Du bist ein... Bin ich ja wohl... Ich... Boah, ich kann voll gut. Halt die rum weg. Ich will die tasern. Wir haben ja die Personalien. Ich will die tasern. Dreimal. Nein. Viermal, damit die ruhiggestellt ist. Nein. Du holst jetzt Hohne unterm Rücken. Weil der muss dürfte schießen. Aber trotzdem tasern wir jetzt so, als würde ich jemanden. Das machen wir ja nur... Da vorne, den Wagen. Welcher? Ach der. Da, wo die schon putzt. Was ist das für ein Auto? Weiß nicht. Ohne Candy-Bahn. Ah, ja, ja. Das PMO-Fahrzeug. Mach's sauber, du Toy. PMO. Halt deine Kappe. Wixer. Ach schon. Ich hab das gehört gerade, ne? Was hast du gehört? Ich will die Tee sein. Das hat der Polizeimann gesagt, nicht ich? Gar nicht wahr. Halt deine doofe Doofkappe. Halt deine Kappe. Halt du deine Kappe. Kannst nicht mein vernünftiges Tinkepäckchen malen. Immer ist dein Strohhalm geknickt. Der muss geknickt sein. Aha, warum? Damit es Teeing auch Abenteuer erlebt. Dummkopf bist du... Bevor es in den Mund kommt. Das ist wie ein Achterband dann. Scheiße. Du bist scheiße. Achtung, ich muss da bitte einmal sauber machen. Hilf mir hier bei dem Schwanz. Den kannst du schön selber sauber machen. Warte ab, wenn die deinen Fußgraffiti sehen hinten am Piddy. Da kotzen die. Gar nicht wahr. Mit die langen Fußnägel. Das ist so... Skinny-Wake. Du, du musst... Spucke. Spucke und Spüli ist besser. Oh ja. Oh ja. Ja, der Ärzte ist bisschen. Meins ist sauber. Weil ich hab nur dünne Linien gemalt. Soll ich dir helfen? Ja, bitte. Nö. Ascher. Ja. Das hast du gemeint. Du machst sauber. Du denkst auch, du bist cool, nur weil du ein Gucci-Honey an hast, ne? Ja, als Gucci jetzt. Okay, und jetzt hin noch. Ja. Gut, dann gehen wir da auch grad noch hin. Wie willst du? Wie willst du? Wie willst du? Mann, ich könnte jetzt Unicorn Attack spielen. Was ist denn Unicorn Attack? Kennen Sie das nicht? Hi. Da sing... Da spielst du ein Eicheln... Ne, nicht... Ein Einhorn. Und... Und da musst du springen und nach vorne spinnen, um Sterne kaputt zu machen. Und dabei kommt die ganze Zeit... Du kannst nicht singen. Du singst genauso schlecht, wie du sprayst. Hasse dich. Weißt du das? Ich hasse dich wirklich. Von allen meinen Gefühlen hasse ich dich so sehr. Das ist ein Lügel. Du hast mich lieb. Nein, ich hasse dich! Ach ja? Wer hat dir einen Hund gekauft? Was ist ein Huhn? Ein Hund. Hast du eh nur gekauft. Ja, das habe ich gemalt. Das kann ja wohl stehen bleiben, oder? Ja, das kann stehen bleiben. Hat er gar nicht, ihr Lügel. Hab ich wohl. Nein, ich war dabei. Ich habe hier rechts gemalt. Du unten an der Tür. Ja. Deine Füße hast du gemalt da. Oh mein, ich hole mir so ein bisschen Quatsch. Zum Glück ist das nun nicht komplett trocken. Sieht aus, als hätte Shrek gegeneinander gewichst. So grün wie das ist. Was haben Sie denn für Gedanken? Schlimme. Ah, ich merks. Ich bin nur ein Knallkorb. Ich komme ins Haushalt. Mich müssen meine schießen. Oh ne. Ich bin ein Verbrecher. Ich habe schon Kleber geschnüffelt. Und das glaube ich ihnen. Kann er so bleiben? Jo, jo. Die habe ich auch gemalt. Hm. Wann auch sie? Aber nur hier unten. Ein Gackenzwerg. Ja, das andere da oben steht schon länger. Was stehen da? Das war eine andere. Keine Ahnung. Ich kann das nicht identifizieren. Konnte auch keiner... Rechtschreibung. Warte, ich guck mir das an. Ich bin Experte. Da steht... Dieser gelbe Strich, der ist... Okay. Da steht für Geiselname Pommes. Ah. Auch. Aber ich sag euch nicht, wer das hingemalt hat. Aber sie wissen, wer das hingemalt hat. Ich glaube schon. Ich kenne den Sprayer. Aha. Ist da so eine Szene? Ja. Sie sind da auch Mitglied? Die erste Mitglied, der schon mal einen Buntstift in der Hand hatte. In die Tür... In die Tür gelinst. Und da war ein Aquarium, ne? Wir haben einen neuen Pizarbier, ne? Da ist ein Aquarium. Hm. Wir haben eine Steine gegengedorfen. Ein Wasserfall? Oh, cool. Da muss ich unbedingt mal mich demnächst festlassen... nehmen lassen. Was geht jetzt ab? Keine Ahnung. Wir sind fertig. Wir haben nichts mehr gemacht. Fuck. Halt du die Klappe. Ja, der gehört dem FAB. Ach so, okay. Ja dann. Sollen wir ihn deinem Schwanz draufmalen? Nein. Das war keine Freigabe. Das ist Hans-Jango, als würdet ihr die nicht mögen. Können wir nach Hause von hier? Wir haben ja kein Interesse an seinem Food truck. Können wir nach Hause oder müssen wir noch was machen? Ja. Ich glaube das schaut gut aus. Ich glaube ihr habt daraus gelernt. Ja. Dass ihr nicht gerade im PD rumsprüht. Wenn ihr irgendwo in einer dunklen Gasse irgendwas versprüht, sehe ich das auch nicht gern. Aber natürlich eher noch ein Auge zu. Aber hier ist das schwierig. Ich baue Hunger. Okay, wir haben auf jeden Fall gelernt. Oh, dankeschön. Dann können wir einen und auch ihren Freund geben. Ich bin ja eh man. Wir haben geheiratet. Wir haben gar nicht geheiratet. Deshalb hat er einen Ring um Auge. Wir haben gar nicht geheiratet. Am wohl. Seit wann hat man einen Ring am Auge, wenn man heiratet? Wenn man kein Geld hat für einen Ring am Finger, kriegt man einen Ring auf Auge. Ja, oder Zwiebelringe. Ist doch logisch. Ja, Zwiebelringe hört sich gut an. Gut, dann passen Sie auf sich auf. Okay, hau rein, Alter. Bis zum nächsten Mal. Bye, have a good night time. What the? Haben die deinen Spray weggenommen? Nee. Bei mir auch nicht. Warte, die haben einen Waffle. Ach, egal. Na, hol die. Die sind 3000 Dollar wert. Komm. Warte kurz. Komm, geh in den Hohen. Mhm. Haben die die meggenommen? Na? Haben die deine Waffe genommen? Ja, für Eigenschutz. Meine nicht. Meine Pistole haben die nur genommen. Dann komm. Well... Hallo, ähm, wir mussten gerade sauber machen und ich hab mein Waffe noch nicht wiederbekommen. Meine Pistole. Wer hat sie mir abgenommen? Einen Moment. Was ist eine Frage? Weiß nicht, ich hab meine. Ich weiß nicht, weil der hat nicht gesagt, der hat sich nicht sehr höflich vorgestellt. Ja, aber sie kommen vorbei und bringen die hin. Hä? Die kommen gleich wieder her und bringen die hin. So genau, die eine ist ständig, wenn sie auf den Weg. Sehr schön. Die haben alles wieder sauber gemacht. Das sieht auch schon sehr schön aus. Was haben wir denn daraus gelernt? Nächstes Mal rennen wir schneller. Nächstes Mal nicht erwischt lassen. Gibt hier doch so schön viele Mauern in irgendwelchen Gassen, wo man auch sprayen kann. Was natürlich nicht legal ist, aber da ist die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, sehr viel geringer. Baba. Aber wir haben gedacht, ihr mögt schöne Bilder. Ja. Aber nicht in unserer Glasscheibe. Nee. Also an sich, so richtig gut gemalt ist Graffiti. Da hab ich voll nix gegen. Aber am besten mit dem Einverständnis des Eigentümers. Oder halt da, wo es legal ist. Ja, okay. Waren Sie mal die Pistole zurück. Dankeschön. Dann müssten Sie alles haben, denke ich mal. Ja, ich hab alles. Okay, dankeschön. Ja, tschüssi. Warte, ich will mir nur ein Sneaker so chill. Okay, kann ich auch ein, bitte? Welche mit? Du? Was willst du haben? Ich will Bonbon. Bonbons? Bonbon. Okay. Überrasch mich. Ich will. Ich will. Hample, du bist gezogen. Okay, was? Da. Ui, danke. Komm. Ist Opa Willy Wonka am Dienst? Ähm, ich kann mal anrufen. Ich will nicht laufen. Opa Willy. Geh nicht dann. Vielleicht ist Enttäuschung ja da. Enttäuschung da. Und? Mila, nicht Lina. Mann, merkt ihr das endlich? Was geht ab Jens? Oh, Fancy. Hast du, sag mal, bist du gerade im Taxi-Teams? Ja. Beim PD. An mich und Curtis. Ja, kannst du? Jetzt halt, Alter. Okay, bis gleich. Willen braucht der? Der ist gleich da. Ich habe eine Idee. Wollt ich? Der so einen Zinn am Monkey Park rauslässt und dann rennen wir einfach weg. Ohne zu bezahlen. Ja. Aber guck, wo? Kuh, wo? Wie hier? Ich kannte mal einen echten Hoover, ne? Echt? Der Vater. Woll. Der war ein Hoover. War der gefährlich? Ja, Hoover-Chips for life. Was ist denn für ein Auto? Die kommen aus dem Monkey Park. Okay, ich glaube das. Was zum Teufel? Das ist doch nicht der Honi. Hallo, ich habe ein neues Outfit gekriegt. Was ist denn mit dir passiert? Oh, gestern sah ich schlimm aus. Darüber ging es das hier noch richtig cool. Du musst doch jeden Tag ein neues Outfit kriegen. Ja. Also, das ist ja schon gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, ne? Ja, die ist gefährlicher Eingriff in Privatsphäre, Herr Polizeimann. Ja, Polizei. Ich bin nicht von der Polizei. Oh. Aber ich musste das mal loswerden, dass das ja sehr gewagte Lackierung ist. Ja. Das ist ja schon... Haben sie das selber ausgesucht? Ja, das kann ich doch morgen abweichen, das Gesicht. Nee, ich meinte nicht ihre Lackierung. Ich meinte das Auto. Ich habe jetzt die Frage vergessen, wenn ich so sein. Warum sieht so gut aus? Ich finde das Auto hot. Ja, ja, ja gut, okay. Gut, dann schönen Abend noch. Au. Ronny, kannst du uns zum Angepackt fahren? Bitte? Ja. Danke. Willst du selber fahren? Nö. Was zum? Ich halte mich hier am besten fest. Okay. Wenn du gegen die Laterne fährst, ne? Mia, ich habe Angst. Ich auch. Hör weg. Oh Gott, die reißen uns den Körper, wenn die das... Wohin wollen wir? Zum Angepackt. Jawohl. Oh mein Gott. Aber das wäre aber nicht meine Schuld gewesen. Geht aus. Jawohl, Sir, Ma'am, Lina, sorry. Die heißt Mila. Ja. Und die hat Angst vor Hamster. Komm, Ronny, der macht dir nach. Ja, wir haben uns mit der Stunde unterhalten und beschwert. Alles geklärt. Die müsste pugeln. Die Frau hat gesagt... Äh... Das ist... Die verkauft Eis. Die soll aber kein Eis verkaufen. Ja, das hätte ich mir auch schon gedacht. Aber egal. Weißt du, was noch richtig gut passen würde zu dem Modo? Was denn? Wenn da jemand einen Schwanz drauf malt. Deni, Tee. Mein Verein. Warte, ich zeige dir gleich. Ja. Jetzt achte. Ronny, wir sind nämlich Künstler. Bleib ganz ruhig, Ronny. Hier hast du einen ganz dicken mit Adern. Warte, Ronny. Warte, ich muss malen. Was ist mit deinen Schulden zu bildern? Hinten, Nolo. Hier haben wir noch einen. Haar am Sack. Aber der sieht aus wie ein Pimmel. Der hat das so los aussehen. Ui. Du siehst ja hübsch aus. Das ist der Ronny. Ich wollte Schnecke, danke. Wollte die Schnecke genannt. Ich muss mit dir reden. Was denn? Ich muss mit dir reden, komm mit. Okay. Die haben uns erwischt beim Sprayen. Ja, habe ich gemerkt. Pass auf, folgendes. Ich habe mit Juri gesprochen. Kannst du die Daumen runternehmen? Nein, die bleiben jetzt oben. Einen Daumen für dich. Mit dem Architekt dann. Und einen Daumen für mich. Ja, genau. Der möchte das Anwesen haben. Oben, wo diese Psychiatrie ist. Mhm. Der hat gesagt, der gibt dafür 2 Millionen. Der will da hinziehen? Der will das Anwesen nur haben. Ich weiß es nicht. Ja, wir haben doch eh noch mit Odem was zu klären. Nein, die wohnen da glaube ich nicht mehr. Keine Ahnung. Ich lasse jetzt gerade Scully. Äh, nicht Scully. Jameis und Schwabbel. Die sollen gucken, wer da wohnt. Der würde dann auch für 2 Millionen von denen abkaufen. Ja. Aber die Idee, die ich habe, ist. Wir versuchen die auf unsere Art und Weise da rauszuekeln, ne? Und dann nehmen wir die 2 Millionen. Und dann nehmen wir die 2 Millionen. Ja, wir müssen erstmal gucken, wer da wohnt. Ich glaube, da wohnt keiner drin. Genau. Soll ich auch mal hinfahren? Ja, der macht das Schwabbel und der haben wir es gerade. Okay. Später treffen wir uns noch mit dem Juri. Aha. Und dann treffen wir uns mit dem vor der Mega Mall und dann holen wir noch den DK dazu. Ach stimmt, mit dem Karten, ne? Genau. Aber der meint jetzt vielleicht noch einen Termin und dann machen wir das erst. Denk dran, das ist Growth Turf, ne? Das sollen die da noch abchecken wollen. Das ist deren Problem. Ja, ich sag dem DJ das. Stell dir mal vor, irgendeiner will einfach, meinst du nicht doch, jemand will einfach hier was bauen, so. Ja, aber die Mega Mall, das gehört ja nicht zu Growth, oder? Doch. Sicher? Parkplatz, Sau, Tankstelle. Bis quasi, na klar gehört das dazu. Aber ich meine, das ist eine Go-Kart-Bahn, da haben die auch was von. Wer fährt denn nicht gerne Go-Kart? Keine Ahnung, aber es gibt bestimmt Leute, die was dagegen haben. Ja, aber das müssen die Hardys damit entklären. Müssen die Hardys damit entklären. Aber ich glaube nicht, dass Go-Kart das dagegen hat. Warum denn auch? Man kann es ja glücklich schätzen, wenn mal was hier los ist eigentlich. Ich hoffe, dass der Bademeister denen das auch gesagt hat, den MB. Dass wir genau deshalb auch auslasten, weil wir versuchen, in der Southside Sachen zu erleben. Also, zum Leben zu bringen. Beleben, ja. Die fahren die rum wie Terroristen und knallen alles kaputt. Die bekloppten Spinner, die. Aber der hat gesagt, du kannst auch fragen, ob die vielleicht nur für eine Million oder so abkaufen, aber ich versuche natürlich, zwei Millionen für mich einzusagen, oder für uns. Ja, aber ich würde Juri das transparent sagen, ne? Die ziehen da freiwillig aus. Hab ich dem gesagt. Ich hab ganz offen mit dem geredet. Ich sag, pass auf, Juri. Ich werde erstmal versuchen, auf meine Art und Weise das zu machen, sodass ich das Ding jetzt habe. Das Vorkaufverkaufsrecht. Und dann kannst du dafür zwei Millionen haben. Ja, da kommst du schon, oder? Gut. Ja, das ist Schwabbel und wir haben es. Zeichen notiert, wir warten jetzt kurz. Ich hab mir die Scanzeichen notiert. Stehen dann viele Autos? Nein, zwei Autos. Also ein LKW und ein Green. Nein, LKW, ey, ich lass das jetzt offen. Juni, was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass eine von UDM da irgendwie noch was hat. Ja, das kann ich herausfinden. Ja, aber dann ruf die doch an, mit dem mir irgendwas zu klären hatten. Ja, warum? Ich hab meinen Top-Typisch angesetzt. Der findet das jetzt heraus. Ja, oder so. Ja, der meldet sich gleich. Er ist gerade im Einsatz. Ja, ja, könnte es. Ruhig Blut, ruhig Blut. Dann sagt er, aber da stehen zwei Autos. Also da ist halt echt nichts. Nein, nur Tänkepächer. Also ich glaub nicht, dass da großartig wer wohnt. Und hallo, Svenny. Ja, aber trotzdem, ne? Wenn die das Dokument haben, ist halt WIP. Welches Dokument? Ein Vortvorkostrecht. Ja, warum prüft ihr das nicht? Weil ich das nicht prüfen kann? Doch. Weil die keine Auskunft geben? Das Department of Justice? Doch, du kannst das austribbeln. Du machst einen Antrag. Du kannst gucken, beziehungsweise du gibst einen Antrag ab, dass du das haben kannst. Das du nicht gemacht hast. Ja, weiß ich ja nicht. Aber bei den Häusern kannst du gucken, ob es frei ist. Ja, du kannst ja den Architekten anrufen, Gerdes. Und frag mal nach, ob der versucht hat, das zu beantragen. Weil, wo wir Häuser gesucht haben, konnten wir auch fragen, ob diese Häuser schon vergeben sind oder nicht. Der gibt halt keine Auskunft, ob dem das wem gehört. Aber, ne? Ich rufe mal. Ja, ihr dürft den Gebetchen immer. Garo, hier Schwerverbrecher. Ich hab schon gehört, du warst bei Polizia. Ja. Ja, wir haben gesprayt am Piddy. Wir haben die Autos angemalt. Ich hab schon gehört, du hast es hübscher gemacht. Hast du schon für dieses komische Willendings versucht, Vorverkaufsrecht zu beantragen? Ist belegt. Also ist belegt. Na. Aber du weißt schon, dass wir das auf unsere Art und Weise klären, ne? Ja, mir egal, so lange wir das bekommen, ist mir das egal. Du willst es haben? Ja, ja. Ist doch dann vielleicht, wenn wir dann mal zwischendurch schießen, ist es doch ein schöner, nennen wir es Ferienwohnsitz. Das ist so. Okay, wir sind weg. Bye, bye. Dann, das ist schon schön da oben. Richtig. Aber was ist denn mit der Playboy-Villa? Nein, das ist mir zu krässlich. Das ist doch voll schön. Nein. Und da gibt's ne Grotte. Da kann man bahn. Ja, brauche ich nicht. Ja, aber dass du nicht bahnigst, ist mir klar. Ja, aber da oben auf dem Bett, du kannst schön, du kannst schön ausrichten. Du Stinker. Du hast doch jeden Tag den gleichen Anzug an, dann geh dich mal umziehen, Junge. Ja, ich kauf mir gleich einen neuen, versprochen. Okay. Einen richtig schönen, bunten. Ja, lass dich mal einkleiden vom Finn oder so. Besser nicht. Am besten was mit Lachsfarmen. Das hat mein Papa immer gern getragen. Ich guck mal, was ich finde. Okay. Bist du nachher auch dabei, wenn wir hier den komischen Megamall gucken? Ja, aber mit der Megamall müssen wir nur klären, weil das Gangturf, ne? Also müssen die klären, die das da machen wollen. Ja, müssen wir erst mal gucken, ob das überhaupt platztechnisch überhaupt funktioniert so. Boah, das ist schon groß. Ich war noch nie effektiv da gewesen. Ja, wirst du nachher sehen. Ja. Ja, alles klar. Ich mach mich nachher gut. Okay, bis nachher. Ja, bis später. Tschüss. Was? Was hat eigentlich der Max, Alter? Die Lampe flackert doch gar nicht. Egal, wie du da drauf guckst. Lügenbold. Na, FPS Probleme hier nur wegen dem Feuer. Also, wir haben das schon abgecheckt, ne? Da hat jemand das Vorverkaufsrecht schon. Ja, müssen wir besuchen. Neu haben, weil bei ODM Gees ist es, die haben gar kein Vorkaufsrecht. Hallo. Oh, hi und gues mal. Ich war fertig. Wo ist denn dieser TJ? Hast du alleine abgeputzt? Das ist ein TJ. Ich glaube, wie auch so gut es geht. Von Yari. Ja, bei Yari. TK. DK. 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 Drift King. Entschuldigung. Ich glaube, die fahren jetzt gerade die Route ab. Hallo. Was ist mit dem? Was braucht er denn? Boah, dieser eine Kopf bei dem Hinterhergang. Das ist ne Deadnose, Alter. Ist der ein bisschen bold? Wir haben die ganzen Autos besprüht und so. Hauptsache, die haben gedacht, ich hätte das auch gemacht. Komm mal kurz rüber, Johnny. Ja, ich muss mal eben kurz rüber. Was, mit Codys was essen gehen? Können wir. Dann komm. Selbe Idee hatte ich auch gerade. Was soll mir hier abhängen? Ja, können wir auch da rumstehen. Komm, fahren mit Mercedes. Nihau. Kürtis, komm her. Du kannst auch kommen. Also ist halt... Also das gehört... Also ich hab die Namen halt von den Leuten, die waren Gehören, aber die gehören halt auch... nix so zu. Hä? Es gibt einmal einen Anthony Cruz und eine Kiara Johnson. Also die gehören... Die haben keinerlei Akten. Nichts. Also die sind nicht mal im Register bekannt. Also die haben Einträge, aber halt noch nicht in der Verwarnung und gehören zu keiner in Gruppierung oder sonst irgendwas. Die Frage ist halt auch, ob die das dann gemietet haben, ne? Oder ob die haben für nur so da chillen. Ja, das muss man halt daraus... Das ist ja schon mal ein Ansatz, ne? Und immer haben. Kann aber auch sein, dass irgendeiner das Vorkaufsrecht hatte von der ODM oder so und das jetzt gerade am Auslaufen ist. Ja, da kann ich aber wen anrufen. Mach mal. Ja, dann klär das. Das ist nicht... Komm, Männer. Sieg auch so. Schön gechillt. Hi, Jufku, was geht ab? Wir gehen mal kurz das Essen, weil wir sonst nur im Kreis rumstellen. Hunger! Wir fahren mit dem Auto, du musst laufen. Okay, ich laufe. Wir haben nur zwei Sitze. Du blöde Perner. Guck mal, guck mal, unsere neuen Autos. Guck mal, guck mal. Einmal alte mit Zeltes, einmal neue mit Zeltes. Guck mal. Aber der ist immer schmutzig, ne? Was zum... Das hat sich gerade angefühlt, als wären meine Arme nicht so lang. Ich wollte das Auto starten. Findest du das Auto? Äh, cool. Hast du mit schlecht Laune? Äh, äh. Und du? Äh, äh. Äh, äh. Check my tire. Na, alles gut? Äh, äh. Bei dir? Ja, komm, ich will klagen. Äh. So, was darf ich springen? Äh. Äh. Ich nehm wieder vier Toon-Fisch-Sandwich. Ja? Und zwei Choco-Shakes, bitte. Choco-Meh-Shakes? Ja, bitte. Ich möchte zwei Gild-Cheese-Sandwich. Mhm. Und... 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 Ähm... Drei Erdbeer-Shakes. Drei Erdbeer-Meh-Shakes? Mhm. Okay, kommt sofort. Hm. Macht's euch bequem. Ah, mein Club-Bug! Club-Bug! Tagsam! Boah, da kommt schon mit Niklode. Boah, nee. Boah, ich geh wieder. Miststück. Kuppers! Oh, oh. Grüße! Tagsam! Fiveo, fiveo! Tagsam! Hallöchen! Tag! Ja, ich komme gleich wieder. Mama! Ähm... Ich krieg drei E-Cola. Coley stinkt! Coley... Stinkt! Und du hast doch... ... die Hände so. Ja, treu noch hoch. So, ich lad einen, ne? Schöpfer. Hau raus. Ja, okay. Ich hab gern zwei E-Case-Förer. Ja. Einmal... ...pick ich dich nuggelt. Ja. Einmal vorne. Und dann müssen wir mal reinstecken. Okay, gut. Ein. Ja, ich will da auch nichts festlegen. So, dann greif ich das euch aus. Haben wir's gelobt, Coley? Es geht. Ey! Was machst du da? Spinnst du? Mann! Warum? Was tust du da? Ich mal! Ja, aber doch nicht auf mein Auto! Warum das denn Burger? Ja. Und... Und... Was ist das da für... Was ist das da für... Dripst du an dem Burger? Das Käse! Hm, das ist einfach Unfähigkeit. Wieso sprühst du mein Auto an? Ich hab auch den Laden lang gesprüht. Wirst du mich harschen? Davon hab ich hingeschrieben, Colt Stink, so ein bester Burger in Town. Warte, jetzt geh ins Yard mal in Whole Car oder so, aber nicht mein Auto für meinen Laden lang. Ich hab schon das Petit angemalt. Was ist denn jetzt mit dir los? Bist du ja neue Straßenkünstler oder was? Was bist du denn? Bist du ein Kopper? Nein. Das sieht doch von fresh aus. Bist du mein Auto anmalst. Das sieht doch cool aus. Ich weiß ja nicht. Jetzt krieg ich sie eh nicht mehr hin. Nee, jetzt aber lass das andere Auto. Was hier? Ja, zumindest könntest du das Taco-Farber-Einerschein in der Coles Burger hinschreiben. Hab ich doch. Guck doch hin. Aber so, dass die Leute es lesen können. Nicht so mit diesen Verstörkünden und so. Mach mal Druckbuchstaben. Na, das kannst du jetzt nicht mehr wegmachen. Ja, nimm eine andere Farbe und mal drüber. Das ist doch nicht Microsoft Paint, ja. Ja, nimm eine andere Farbe und mal drüber. Aber ich hab nur Grün. Dann, 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 dann. Soll ich das Auto normalen, okay? Nein, 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 nein. Warum? Grün auf Grün sieht man nicht. Aber das Dunkelgrün. Ja, aber das sieht doch scheiße aus. Keine guten Kontraste und so. Boah, du bist so ein Meckerziger, ne? Du bist ein Meckerziger. Ja, boah, da ist die neun, neun laden ich bumm. Was geht denn, Bubba? Hast du schon das Dings bezahlt? Grundstücksteuer Dings, Bubba? Na klar hab ich das schon bezahlt. Ich noch nicht. Ich hab 650.000 gezahlt. Also muss man das zahlen. Ja, Bubba, hier musst du dich bewerben. Oh, das ist scheiße. Aber nicht im Laden sprühen, könntest du... Nein, wegen Lebensmittel. Warte mal, ist das Leo? Entschuldigung. Nee. Ich muss dich bewerben, Bubba. Und regeln aus, wenn ich lerne und so ein Shit. Oh, John, was ist denn hier los? Was denn? Ja, ein ganz ungewohntes Outfit bei dir. Das ist nicht eins deiner drei Standardoutfits. Sorry. Okay. Jetzt ist dir alles verweiten. Sowohl als auch, Bubba. Hm. Er ist schriftlich, dann TeamSpeak. Äh, ich hab gern drei Baconburger. Alles gut. Was geht ab, Bubba? Was geht ab? Wie viele Kanten hast du denn im Rucksack? Fünf. Wir haben uns die nicht weggenommen. Okay. Wie, wer? Wie wundervoll verhaftet. Okay. Wir haben das ganze PD vollgesprayt, die ganzen Autos und so. Mussten alles wieder sauber machen. Ja gut, mal gut, dass die Farbe frisch ist, kriegst du das noch wenigstens ein bisschen ab. Ja. Wir haben aber überall so Little Pips und Schwänze und so gemalt. Dann haben die uns überprüft. Dann weiß ich, ob ich halt redet war, wenn ich gleich langfahre. Na, wir haben das sauber gemacht alles. Ach so. Ja, aber bestimmt nur da, wo sie euch erwischt haben. Hast du bestimmt noch mehr gesprayt, oder? Nein, wir mussten alles sauber machen. Oha. Das sind ja fast Sozialstunden. Ja, quasi schon. Aber kein Geld, oder sowas? Nein. Wir können uns entscheiden, zwischen Strafe zahlen und alles sauber machen. Ja, okay, da hätt ich auch sauber. Wo sind die anderen dann? Nur im Park? Ich glaube, ein paar sind noch im Park und die anderen sind irgendwie auf dem Weg verschollen, glaube ich. Im Park standen gerade nur noch drei Stück. Ich glaube, Johnny, James und Schwal. Ich bin mir überlegen, ob ich den Centone noch einmal, aber die Kuppers gucken da hin. Gibt es zu denen, der die? Nee, die, der die. Du weißt, was ich meine. Nö. Wie sagt man denn das? Den, der, der, die, die. Egal. Der hat das Fahrzeug gehört. Ja, aber es ist eine die. Also da ist eine Frau ausgestiegen. Na und? Der hat das Fahrzeug. Der hat das Fahrzeug. Ah, ja, stimmt. Der hat das Fahrzeug gehört. Genau. Das schreibe ich mir direkt auf. Okay. Hast du schon bestellt? Ja, ich muss nur wieder rein, komm. Ja. Bin ich froh, wenn eine Leine weg ist. Oh ja. Oh, hat der nicht gesagt. Das ist Sandalismus, ne? Was? Soll er rumspullen? Du bist Vandalismus. Der hat gesagt, du musst noch viel üben, du kannst halt nicht. Wir mussten alles wieder sauber machen. Beim Piddy. Alles. Wie das Zahnbürste? Nee, wir haben so Putzheimer bekommen und so. Ich glaube, ich will die Apotheke vorspielen. Dann zeig mal, was du kannst, Toi. Du bist ein Toi. Du bist ein Toi. Was soll denn das sein? Ein paar Beine? Das ist... Nein, das ist ein Völk, das... Mie, Mie, Mie. Ja? Pizero, du. Oh ja. Sollen wir gehen malen? Ja, ja. Wir sind edeln. Komm. Du dich. Was meinst du? Ich mal ein Smiley mit einem Kreuzauge und einem Ohrauge und einen komischen Mund. Meinst du, die sehen uns? Nee, haben nicht gesehen. Da hinten auch. Ja. Komm schnell. Ja. Sollen wir den Korpus das sagen? Dass er mir das auch so gemalt hat? Äh. Ja. Da hinten ist ein Toi. Du willst ein Pop? Du willst die Kopfkarte sehen, wie der oben rauskommt. Ich habe das. Er ist ein Toi. Du willst du. Du claim das Street. Oh, motherfucker. Still stay here, je. Du bist ein Sausage. Arminari. 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 Besonders ist auch. Klamm jetzt den Brichern, Anna. Ich habe was ganz Schreckliches gesehen. Was denn? Jemand hat ihr Auto vollgespäht. Hört das? Ja. Ihr Auto vollgespäht. Da ist ja einmal die vier Tonfisch. Wer war das? Dankeschön. Da waren so Leute mit dunklen Kammern und eine schwarze Maske. Dankeschön. Und die Hörer gesagt, dass die voll sick unterwegs sind. Hä, Zitrone ist wild. Ich habe gesagt, du bezahlst was für dich. Mila und Mila. Das ist nicht erlaubt. Ihr beide bezahlen. Okay, du bezahlst für dich. Das habe ich gesagt. Okay, gut. Ich kriege noch Mila kurz zu essen. Auto halt schmutzig. Da muss man schuppen, wenn das dann noch weggeht. Entschuldigung, Mila? Ja. Wirst ihr das Essen schon geben? Ja, aber natürlich. Ich bin hungrig. Wie scheiße. Oh ja. Also hier einmal die... Jetzt sind wir schon wieder sauer. Das ganze Auto ist angemahnt. Oh nee, die hatte ich nicht bestellt. Und wie erkläre ich das jetzt? Die Cheese hast du nicht bestellt? Nee, ich mag kein Cheese Cheese. Dann heißt es wieder, ja, der Flanagan. Ich bin wieder, ja. Da hat jemand Faktenpolize falsch geschrieben. Ah, ja. A Cheese Sandwich. Bitte? Da hat jemand Faktenpolize falsch geschrieben. Entschuldigung. Entschuldigung. Und drei... Warte mal, kennen wir uns? Nee. Der Erdtermilch-Checks ist. Sicher? Ha? Komm mal so bekannt vor. Ja. Läuft das hier? Ja. Wichtig. Ich nehme auch ein Faktenpolizei. Dann kennen wir uns definitiv. So. Ich bezahle. Äh, aber... Nee, der John wollte zahlen für alle. Zitrone ist sie. Wer wollte zahlen für alle? John wollte für alle zahlen. Okay. So, dann... Wer ist denn John? Danke, danke. Ja, wo ist denn John? Der mit Orangen und dem Käppi, der ist John. Ah, okay. Genau. Äh, sicher? Ja. Nee, John. Der heißt John Dungu. Frag den Namen vor, der Dungu. Wer wollte jetzt zahlen für euch? Der hier zahlt. Dungu. Äh, was? Dungu zahlt. Ja, das wäre gut, Mann. Also, der will keinen mehr. Der Dungu zahlt. 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 Was kostet? Was kostet der Lachs? Okay, 380 Dollar. Hast du gehört, Bienen? Alles klar. Hau rein. War das Opfer dieser Bienen, Alter? Kratsch dir schon wilde Frauen an? Nee, ich hab gerade Mr. Bienen angerufen. Bei der ihr sowieso keinen Chance habt. Was? Weil ihr dummkippt sei. Wir haben uns über Autos unterhalten. Nein! Genau. Und Teddys. Aonland. Und ficken. Das hat er jetzt gesagt. Das ist voll sexistisch, ne? Was denn? Alles easy. Alles easy, hast du gehört? Der kommt auch mit nach Butzbach. Der ist immer sexistisch. Oh, das ist kein Problem. Alles gut. Hau dir mal in die Presse, oder? Ah, wie heißt du noch? Das ist mir zu voll. Wollt mit dir sprechen, Gaui? Ah, wusste ich doch. Ja, ja. Wo ich bei ihm nur neben sitzen? Ja. Ach krass. Ich hasse das. Alles zu eng. Mr. Trucks, vielen lieben Dank für den Prime 14. Geht auch durchlöschend? Nee, nur Tinkerbittchen. Und Yoshimitsu, danke schön für 100 Bits. Und Blink, danke für den Prime 7. Big Boy Prime, danke schön für den Prime 6. Lonnie, vielen lieben Dank für den, oder Onnie. Lonnie oder Onnie, danke schön für 5 Gifte Zaps, Mann. Und Zack, der Bohnen, danke für den Prime 7. Und Peter Klauser, danke für Louis 7, 16. Und Bacardi, danke schön für Louis 7, 20. Stufe 2 sogar. Kontrolle über mein Leben wie der Bähkomen. Dankeschön. Der Bubba verleiht keine Funflaschen. Hat der noch nie und wird der nie. Das ist so ein Duftkerze. Hallo, Master King. Boah, ich freue mich, wenn Cody Spones ist, Alter. Und der neue Laden, ich kenne den schon, der ist super schick, ey. Viel besser als hier. Voll der Egoist ist er auch so. Roach, danke schön für den Prime 6. Danksam. Der Bubba nimmt nur, der gibt nix. Und da vorne wollen die eine Go-Kart-Bahn reinmachen. Die Hardys, glaube ich. Mal gucken, ob die Grove da mitspielt. Ob die das erlauben, wie ein Gangturf. Aber das ist, glaube ich, groß genug. Müsste eigentlich. Weißt du schon, wann der fertig ist? Der müsste bald kommen, so in der Woche oder so. Vielleicht. Also vom Bauen ist Juri schon fertig, so gut wie. Ihre Bestellung, bitte. Ich hab schon, hab schon alles. Da vorne in die Megamold so eine Go-Kart-Bahn rein, ne? Wo, was? In die Megamold da vorne. Innen drin, ne? Ja. Cool. War so eine Go-Kart-Halle. Für die Kopfschmerzen förmlich jetzt schon. Warum Kopfschmerzen? Ja, weil das so laut sein wird da drin. Aber da gibt's keine Kopfschmerzen. Aber die Kopfhörer? Nur, weil da sind Luftabzugshaube. Bin ich mal gespannt, ob die Grove das zulässt, wenn die Alice das daheim bauen wollen. Ja, die lassen ja auch einen von sich abknallen oder so. Wer? Ja, die Grove. Weißt du, was hat denn das damals zu tun? Ja, wer weiß. Vielleicht machen die einfach nichts gegen andere Leute. Was denn doch? Ja, dann sehen wir das. Trotzdem fragt man nach. Also die sollen fragen. Das ist ja nicht unser, wir. Wir machen da ja keinen Dings. Deshalb hab ich ja gesagt, ich bin gespannt, ob die was dagegen haben. Haben wir unbegangen. Wenn die Saus halt ein bisschen belebter wird. Und wir haben schon das nächste Objekt im Auge. Was denn jetzt schon wieder? Hinter mir angeparkt die Werkstatt. Die Werkstatt? Noch eine? Mhm. Okay. Aber wo auch LKBs reinfahren können. Ich. Schaut mich, warum die Grove nicht ihren Laden da übernehmen. Welchen? Eine Tankstelle da. Ja, ne? Ich kaufe ich bald den Laden. Hat der Juri wegen Shisha-Bahn noch mal was gesagt? Mhm. Wurde das jetzt immer noch nicht billiger? Inwiefern billiger? Ja, war das schon alles jetzt... Nö, ne, der zieht das, weil wir den selber ausgerübt haben, noch von der nächsten Rechnung ab. Ach so, okay. Soweit ich verstanden hab. Aber wir treffen uns nachher ein mit dem. Ja, weil ich... Wie viel wert? Ja, dann mach ich das gleich dann später. Okay. Stimmt, ne? Warum... Warum macht die Grove die Tanke nicht oben auf? Können halt sogar Geld für Sprit nehmen und so, ne? Wir können alles machen, Digga. Und gerade dann, wenn da eine Go-Kart-Bahn ist. Ja. Das ist die Tankstelle, wo immer getankt wird. Können vernünftiges Essen da reinmachen, trinken. Können vielleicht sogar Gebühren für ihren Automaten nehmen. Fünf Dollar oder zehn. Wenn du den benutzt. Aber... Ja, die Leute sollten mal aufwachen hier. Bald So's halt einfach schönstes Gebiet. Bald nicht mehr Ghetto. Bald Weinboot. Außer ab und zu Brettern oder so. Boah, das ist so richtig 2017, ja? Skouskou. Ich hab an der Kirche gespielt. Was hast du denn gemalt? Ein Schwanz und dann ein Fenster. Und dann MC OG Toasty was here. Hast du den aber nach unten dahin gemalt? Ja, hab alle gemalt. Puh, das ist sogar mit Samen. Ja. Warum bist du ein Schufke da alleine? Warum kommt ein Scher? Weiß nicht, der ist die ganze Zeit heute irgendwie alleine. Der Ärger hat, ne? Der hat gesagt, ich komm in die Hölle. Komm, wir gehen mit dem Schufke. Bist du nicht Halal? Joon, mach Platz. Nö. Boah, ich hasse diesen Lagen hier, ne? Alles viel zu klein. Wir haben gehört in der Fahrt. Hab gepetzt, dass du ärgerst. Mir nicht egal, weil du ärgerst. Du ärgerst selber. Niemand zieht an meinen Zinnigen. Doch, der zieht dich damit in die Hölle. Äh, äh. Aber sowas vor uns. Da hast du mir keiner. Da wurde hingehört. Dich gehör nicht in die Hölle. Blasphemie! Waaah. Verbrennt die Ketzerin. Aber die glauben an den Elfenberg. Ich würde dich so gerne wegscheppern, wenn ich wüsste, dass ich gewinnen würde. Wir glauben an den Elfenberge, Jufke. Aber das ist, das ist Gottes Zestung. Nee. Da. Nee. Mila ist halal. Da. Da. Ihre Haare sind nur Tarnung. Da. Da. Das ist eigentlich ein Kopfzug. Nö. Ja. Nö. Jufke. Nein. Was ist zu Langeweile? Was ist los? Ich bin echt gelaunt. Was hast du vor? Na Jufke, ich habe nur Ärger mit Max. Warum? Wer ist Max? Warum habt ihr steilt? Hast du seine Nummer blockiert? Boah stimmt, ich habe den glaube ich noch im Handy erstmal löschen. Warum habt ihr steilt? Es gibt ja Leute, die sind nachtragend, aber Jufke ist neues Level, Digga. Mögt ihr dasselbe Mädchen? Mit wem denn? Wie leid, Digga. Er war's denn? Man darf doch mal fahren. Jufke, mit wem hast du streit? Ach Mann, ich habe nicht mal seine Nummer. Kann mir jemand die Nummer geben, damit ich die blockieren kann? Ja, Karo, ich kann sie dir geben. Ne, passt schon, Digga. Alter, chick. Ich bin nicht, Digga. Arsch auf. Sprüle den einfach an. Manchmal komme ich eigentlich nicht mehr mit. Boah, Alter, das Theo ist aber auch immer nötig. Der Typ gebraucht auch ein bisschen Parfüm, damit er den V abkriegt. Was muss das muss? Der braucht jetzt mal einen Haken. Boah, du hast halt heute schon wieder wie ausgestorben, ne? Es ist wirklich sehr taurig, oder? Wann wollte Juri denn kommen? Ach so, um die Uhrzeit, so spät. Ja, ja. Dann sind wir da. Ich erkenne Info. Schon, ne? Boah, Alter, voll auf, Lucky. Warte mal, wer ist denn Lucky? Lucky Präsident, wer? Hast du einen Schlagartfall? Ich bin Präsident, der ist jetzt. Trottel. So ein Duser. Boah, das hat mir getan. Das Nieseln? Ja, in die Nase. Das hast du jetzt davon. Ich habe mir durch Niesel meine Rippe so angeknackst. Bist du dumm? Das kann passieren, du Dummkopf. Warum tust du deine Rippe denn in die Nase? Das ist doch idiotisch. Im Brustkorb, du Dummkopf. Ja, genau. Boah, halt die Klappe. Nimm wieder deinen dicken Zähn im Mund. Okay. Der kleine Zähn. Macht das ja wirklich. Na klar macht die das. Ja. Manchmal sitzt die auch auf der Couch zu Hause und raucht mit der Kippe zwischen den Zähnen. Warum lebt die in den Zirkus zu geben? Manchmal rolle ich die auch durchs Zimmer, weil die beiden Beine hinterm Kopf hat. Dann spielen wir mal Bare Blade. Ja, das macht Spaß. Mila, die menschliche Kanonkugel. Ich schick ein, wie eine Bombe. Dummkopf. Ja? Immer wenn ein Beaty durch die Tür geht, kommt so ein Sound. Hallo? Oh, das ist eine Türklinge. Dummkopf. 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 Geht's dem gut? Ja, aber der trotzdem Schlimmer ist. Der hat nämlich den Plasma-Fernsehen angebeilt. Ein großes oder ein kleines? Ein richtig großes, riesiges. Ich hab dich gerade überhaupt nicht verstanden. Nein! Wird mir leid. Mein Schwester ist heute gar nicht im Chat. Heute ist irgendwie ganz, ganz ruhig. Wir sind schon wieder alle. Warum passiert nix? Wir sind die ganzen Links da. Wir finden da Sprayer-Emote. Er ist Miki. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Basteln! Ich jen da hinten hin und schreibe bei Rent schreibe ich Rent Ne, Nilo, komm mit! Ich komm nicht später. Meine F- Ich grütsch ihm wirklich, ne? Ich grütsch ihm wirklich, ne? Die sind alle beim Tiki-Lala. Da wird schon wieder die Büchse angehalten. Ich fahr mal mit Kontrollern, sieht das smooth aus. Oh, hier ist viel los. Oh, hier ist alles. Ja. Tiki-Lala ist für Party, ne? Wo ist Party? Tiki-Lala. Tiki-Lala? Ja, aber übertrieben fehlt. Hui. Bist du da, oder was? Ja, hab ich Angst reinzugehen. Ja, das würde ich auch nicht rein gehen. Aber wer weiß wegen Musik? Hä? Ich weiß nicht, ob da Musik gespielt wird. Wem gehört denn da Tiki-Lala? Keine Ahnung. Warte, ich frag mal. Warte, ich frag mal. Ey, wem gehört da Tiki-Lala? Ah, Jamestown gehört das. Jamestown? Ja. Kannst du den Typen mal einrufen und fragen, ob er die Mucke machen? Ja, ich frag mal. Okay. Schau's dir schon an. Bis gleich. Ja, aber Auto ist immer dreckig, ne? Ja. Ja. Kannst du mir mal sagen, wo du bist? Ich hab den da gerufen, du sollst mitkommen. Nee, gar nichts hast du. Soll ich abholen, komm? Ja, vielleicht schon. Okay. Ich komm. Ja, aber hol Tiki-Lala. Ja. 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 Er meint, es ist sowieso grad Feierabend und du kannst reingehen, wo siehst du aus. Oh, dann ist schon ein Ende? Ja, geh einfach mal rein. Ja, ich will quit the meal up. Alles klar. Ja. Wir kehren. Ja. Ja. Aber auch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Willst du nicht mal gucken gehen? Ja doch, aber was machen wir nun? Wir müssen mal gucken gehen Oh, okay Aber bin ich nicht over this? Bin ich nicht over this? Nee Okay Under this Meinst du kurz eintritt? Ähm, vielleicht Vielleicht, man wird die schlagen dann nicht? Stelle ich nun folgende Frage Charles Nein! Legrant, ne? Wollen Sie? Oh? Wollen Sie? Magnoia Ist schon geschlossen Hallo Hallo Was ist denn hier los? Wir haben seit 10 Uhr geschlossen, aber Sie können sich gerne das Lokal angucken Ich wollte nur einmal gucken Ich wollte nur einmal gucken für die nächste Frage Ja, kein Problem Okay Haltet euch gut fest Kopf, kopf Wer ist da? Feuer Feuer, wer? Wo bin es denn? Hahaha Super Super! Ja! Super! Super! Und außerdem habe ich noch einen Witz, aber den habe ich vergessen wohl. Hast du noch mehr? Ja, ich... Also irgendwas habe ich noch. Moment, da muss ich... Also... Warte mal, ist das ein Witz oder singst du? Ich sing jetzt. Okay. Okay, ich habe zufällig noch einen Tag. Okay. Okay, schnell, schnell, du dann. Okay, ihr seid ein gutes Puppi-Komm heute. Dankeschön. Wir haben absolut keine Obis. Wir kommen dann, wenn die Party schon Ende ist. Immer. Ja, hast du noch einen Witz oder nicht? Nein, ich glaube, ich bin fertig. Kannst du noch ein Lied singen? Ähm... Mila von The Block zum Beispiel. Ähm... 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 Ich habe einen lang. Diese Explosier 우리ро.... Ich habe eine Lippe Stolspe poco. watches selbst rabbits. Ich habe einen lang. Oh! Noch einefrom.... Undaddig sich bald . Ich bin da mit sich von denne Hemen. Ich habe ein Products- Heine auf die Lippe St Ahm... Ich habe einen lang. Ja, wir stehen da mit sich von denne Hemen. Das Ganze! Ich kann nicht mehr. Ja, aber war super. Guck mal, sind doch schon alle einschlafen. Hast du nicht noch eins? Ich noch eins? Ja. Mach du doch mal was, hä? Ist das an? Hallo? Ja, na los. Na los. Okay. Aber ich mach Comedy. Hallo? Kannst du mich hören? Ja. Was hat die Farbe Kaki und schwimmt in meiner Toilette? Welche Farbe ist Kaki? Das ist so ein, ich glaub, Grun. Moos? Nein, was hat die Farbe Kaki und schwimmt in meinem Klo? Ich weiß nicht. Das Klokodil. Applaus bitte. Applaus bitte. Bitte Applaus mir, bitte. Ihr seid ein super Publikum. Dankeschön. Ich kann nicht pfeifen, Entschuldigung. Weiter. Okay. Was kann man am Strand richtig schwer verstehen? Am Strand richtig schwer verstehen. Verstehen. Ich weiß nicht. Eine Nuschel. Applaus bitte. Bitte Applaus. Applaus bitte. Bitte Applaus. Ich bin so dumm und ich mach mich immer mich selber lustig. Ist da noch jemand drin? Ja, hier ist noch jemand drin. Oh, ich glaube, das ist Dan. Dan? Der Dreckige. Ist das der Dreckige Dan? Ja. Ja, herein mit dir. Dann soll der mir ein paar Witz erzählen. Ja. Da, herin. Oh, fuck. Applaus bitte. Ja, ja. Haben die uns eingeschlossen? Haben die uns eingeschlossen? Oh mein Gott. Hallo? Aua. Aua, meine Liebe. Nur ist gar nicht eingeschlossen. Keiner legt sich mit dem Dreckige hinterher. Hallo. Komm rein. Die Gang ist back. Komm rein da. Danke. Die Party ist schon vorbei. Ich hab Alkohol des Massens gekauft. Ey, dein Kumpel mit dem pinken großen Auto. Der wird gerade hops genommen. Der Honi? Ja. Warum? Ich habe gesehen, Polizei bei dem ganz viel. Alter, hier ist der richtig Party. Die Party ist schon vorbei. Hier, für die Gang. Ja, ja, ja. Da, hier läuft der richtig, das Ramazamba. Boah, hier ist der voll wild. So, wer rappt eine Runde, Homies? Da, da, dann kannst du nochmal so eine Gitarre machen. Wie lässt du mal? Hä? Wer hat nochmal Gitarre gespielt beim Überfall? Ich hab Gitarre gespielt. Ja, dann mach mal. Zeig mal, was du drauf hast. Aber, na, ich kann nicht, ich kann nichts halbes und nichts ganzes. Das ist nicht schlimm. Na los, mach einfach. Hau was raus. Hau raus, Mann. Okay. Aber du musst auf die Beine. Der Auftritt geht ungefähr zwei Sekunden. Ah, jett. Zwei Sekunden sind besser als eine. Hallo, meine Gangmitglieder. Das sag ich auch immer, was du gehört hast. Trinkt Päckchen. Die Klamm, Mäler. Seid ihr alle bereit? Ja. Perfekt, vielen Dank für die Anteilnahme. Kannst du es singen? Letztes Mal haben wir gesungen. Ja, letztes Mal schon. Fang an zu singen. Nee, das Lied ist fertig. Ich kann nicht mehr. Was? Wie? So oft so, jetzt sind wir kein Kokos. Nee, das hat das letzte Mal gemacht. Wie wurde ich genütet? Ja, wir können rappen. Dann rappen wir ein paar Bars. Dann rappen wir ein Part. Ja, ich brauche einen Gegner. Der Mieter. Der Danzu, der Danzu. Der Danzu. Der fühlt den Flur. Ja, rauf da, rauf da, rauf da. Ich krieg doch eine Adlibs raus. Was ist los? Komm her. Egal, egal. Komm, homie, komm, homie. Bist du ready? Ja, Mann. Fühl dich. Ja, ich bekomme Picke davon. M.C. Kriegst du? Ja, nicht nur du. Nein, ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Nee, nee. Yeah, M.C. Coffee Production. Süß, süß. Brrra. Oh, ich weiß nicht. Nee. Ich glaub nicht, nein. Nee, nee. Wenn der sagt, nein, dann nein. Yeah. Was geht denn hier ab, Mann? Ich bin doch nur am Saufen. Guck mich doch mal an. Ich bin gleich am Raufen. Keine Ahnung, Mann. Ich bin übelst alt. Trotzdem, Digga, ich bin übelst verknallt. Macht doch nix. Ich seh einfach nur geil aus. Guck mir ins Gesicht. Da gehst du steil raus. Alles scheißegal, Mann. M.C. Ich bin übelst geil und hab übelst viel Swag. Süß. Jetzt bist du dran. Jetzt ist Dunjo dran. All in. Oh, warte. Was haben wir denn hier? Scheiß. Ein Eisberg. Du sollst rappen, Dunjo. Nicht scheiße laufen. Mach den kaputt, Digga. Oh, die Box wird immer lauter. Echt jetzt? Geil. Ja, du musst zwischendurch mal was sagen. Ja, 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 ja. Jetzt ist erst bei der ruhige Geist. Jetzt ist erst bei der ruhige Geist. Warte mal, Dunjo. Rapp doch mal was. Wie? Mach doch mal. Ich kann nur Tüten rauchen, Bruder. Dunjo. Mach doch endlich mal den Mund auf. Ich bin Dunjo. Ich geh niemals mit dem Hund raus. Yeah. Ja, komm, du schreibst doch mal da oben. Ich kann nicht laufen. Hau raus. Wir sind vom Weg, Alter. Geh mal hoch da. Oh, das ist hoch mit dir. Geht nicht, mein Zunge ist ein Weg. Das kommt, let's go, Alter. Nimm Zungenpisschen. Geh mal, Junge. Warte mal, wir haben ja noch den hier. Oh, der ist böse. Oh, scheiße. Ich geh über eine Leiche. Scheiße. Ja, ey. Was geht denn ab hier, ihr Lulasch? Ich schraub den Laden aus. Danach mach ich auch so den Kulasch. Alles scheißegal. Der hat es erfasst. Guck mir in die Auge. Danach wandere ich in den Knast. Fuck you. Dann kommst du doch hier hoch. Haus und Maus. Ja, das kann ich am besten. Mit meinem weißen Westen. Oh, Mann. Ich war mir echt zum Affen, Leute. Nein, war voll gut. Das verdorbt, Mann. Auf jeden. Na, kurz, schwirb du doch mal. Komm. Ich kann das nicht. Komm, komm, komm. Das macht jetzt. Mit meiner Zunge funktioniert das nicht. Mach jetzt. Nee. Fussi. Oder Mila liebt dich nicht mehr. Doch. Oh mein Gott, jetzt kommen Gäste. Mein Name. Ich reine kurz. Party Nummer zwei oder was? Warst du das schon wieder hier? Jungs, ich bin ein bisschen dick. Das war eine krasse Party. Boah, die war wild, Mann. Und jetzt wieder ab in die Kreis, Jungs. So viele Leute. Ich hab noch nicht so viele Menschen auf der Party gesehen. War wild. Das die Gang hier. Das Backup. Das Backup. Backup. Auf euch kann man sich verlassen, Jungs. Das ist übrigens der dreckige Dellen. Mit dem haben wir letztes Mal Nachtschicht gemacht. Hallo, hallo. Killer. Wo ist denn der Herbert? Weiß ich nicht. Pänger, der. Pistige Muschi. Was geht bei euch noch so, Homies? Nix, halt, gibt gar nix. Gar nix. Nix, außer, willst du wissen, was ich mach? Laufen. Nee. Soll ich dir sagen? Laufen. Nee. Nee, dann meinst du nicht. Löcher stopfen, guck mal. Runter in der Hocko, dann geht's ab hier. Alter, das ist ein Mädchen. Wo ist denn James hin? James. Alkohol, du edler Geist. Auch wenn du mich zu Boden reißt. Ach, fick dich doch, Mann. Der Junge weiß einfach alles. Jetzt will ich nicht mehr. Ey, Kurt, was war im Rest für mich? Alter, schwer. Jetzt weiß ich deinen echten Namen. James, mach dich doch an jetzt. Wart denn? Nee, lass mal. Du ein Mädchen. Lustiger. Ich bin schüchtern. Ich kann nicht rappen. Rappen ist mit Depp. Danach geh ich steppen. Gieß nicht mehr Ticken. Ui. Aber dann kannst du eigentlich irgendwas anderes außer Popeln dir am Arsch zu fassen und dann zu riechen, Alter. Oder schieß da. Ja klar, ich kann mich im Sack rufen. Auto fahren. Wenn schmeckt. Auch nochmal. Ja, ist gut. Riechst jetzt nach Kokos. Darf ich auch, Mann. Nee. Das ist meiner. Du wirst dich bestimmt mit Shepard verstehen. Geh mal weg. Ja, mit dem Kallert. Geh mal weg. Geh mal mit. Das ist doch von Dungel de Pfade. Mit meinem Rauch geht er auch kacken. Mein Papa ist ganz, ganz oben. Der arbeitet bei der Polizei. Ganz, ganz oben, Helm. Ja, ja. Der ist doch. Warte mal. Der ist ganz oben in der Gesellschaft. Das ist Koch, Junge. Ja, der hat seine eigentliche Session. Junge, wann will der Juri denn kommen? Ich weiß nicht. Der hat gesagt, er hat noch ein Gespräch. Und danach wollte er sich mit uns treffen. Also, er hat noch einen Termin. Bitte, bitte, bitte. Zeig mir deine. Fahrradkette. Schnitte. Wuschi. Wuschi, blia, tre. Amerikaner, Snickers, oi, chi. Amerikaner, Snickers, oi, chi. Weiß jemand, wo man sein Auto sauber machen kann? Irgendwo eine kleine Pfütze oder so? Ja, ich weiß wo. Ich weiß wo, ich weiß wo. In Kamal. Hä? In der Waschstraße, die eigentlich uns gehören sollte. Wie? Kannst du deine dreckige Pope an das mein Gesicht rausnehmen, bitte? Was? Ja. Ja. Das ist der ganze Jamestown? Ja. Irgendwie sowas. Ja. Die haben jetzt einmal nach drei Monaten... Immer kreis der P hier, Bruder. Das ist wirklich Rekord. Oder haben die an die Besitzer gewechselt? Bei Code ist doch heute auch nichts los, ne? Nichts los. Da ist ein Unicorn. Gar nichts. Ist Unicorn schon wieder offen? Nö. Aber ich habe ein Ding. Ich arbeite vielleicht bei dem Unicorn. Eigentlich wollte ich... ...Schanzen, aber dann wollten die nicht. Bin ich vielleicht Barkeeper? Nein machen. Ich habe schon gehört, du wolltest Haus machen. Ich frage es, welche Ladies sich so weit angucken. Facility Manager. Ich würde... Jutta wird sich halt angucken. Ja. Der Jutta. Anderrider, das ist nicht so einfach mit den Klamotten, das kann ich dir nicht erklären. Der Jutta. Am besten guckst du da YouTube-Klamotten. Was? Das ist schon... Ich bin der Braschkan. 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 Ganz ruhig, das liegt sich im Dreck. Urra! Tschüssi! Ich bin der Braschkan. Ich bin der Braschkan. Juri, wann wolltest du denn kommen? Wir haben gerade den Termin hier für ein bisschen Papierscheiß. Ich hoffe, der ist in ungefähr, weiß nicht, 20 Minuten, eine halbe Stunde durch. Okay. Dann bis nachher. Wo? Wieso? Habt ihr lange auch eine? Wir waren gerade beim Tiglal auf Party. Aber die Party ist schon vorbei. Ach so. Ja, mach ich einen Namen. Irgendwann kriege ich dich dazu. Siehst du doch, hier geht gar nichts. Ja, aber machen sowas nicht. Doch, ein Erdbeerfeld. Warum? Das ist ein leichter Opfer. Aber das bringt nichts. Die können nur mit Erdbeeren werfen, nicht mit Pistolen. Die können selbst Pistolen haben. Das bringt trotzdem nichts. Warum? Weil es dumm ist. 18 bis 22 Uhr sind vier Stunden, Kollege. Versehen andere, aber andere. Staatsbank, okay. Keinen geilsen Namen. Da klaust du dir unser Geld. Ja. Sag mir, wo dein Geld versteckt ist. Ich klau das. Ja, Schließfach 0815. Okay. Dann weißt du Bescheid. Aber lass das bitte drin. Mal gucken. Dann bis nachher. Ganz klar, bis nachher. Ja. Was glaub du das? Hallo Pium Bassi. Ja. Ist die nicht schlimmste. Also, wir machen nur Papierkram. Dann ist der fertig. Ja. Ist der komische Typ von den Jardisten da? Ja. Was ist Mila wieder? Mit dem geredet. Welcher komische Typ von dem? DK. Achso. Ich hab einen Mini-Chicken-Burger. Geil. Der macht satt wie ein großer. Ich sag's dir. Ja komm mal abstabben bitte, ne? Ja. Tschüss. Tschüss. Macht's gut, Männer? Ja. Mann riecht sich. Nein, Dreckgerdang. Ja, ja. Trickpäckchen. Jetzt haben wir schon einen neuen Freund. Warte mal, hast du grad gepfurt? Hast du wohl. Schlaf gut, Marc. Du hast echt gut gesungen. Hast du schlecht Laune? Nein. Hä? Was? Gleich kommen wir in die Urino. Dann treffen wir uns mit dem Dieke von Nadis. Dann gucken wir Megamall an. Was Megamall? Was? Was Megamall? Bei der Growth Tankstelle. Die wollen da eine Go-Kart-Bahn machen. Oh. Wer war denn da? Der hat in die Megamall rein. Der denn? Mhm. Oh. Heute ist nicht so viel los, ne? Ähm. Ja, aber heute Spaß, oder nicht? Ja. Ah. Was quatschen wir mit, mit, mit denen? Mit die Uri? Ja, mit alle. Weiß nicht. Was zum Teufel ist denn hier los? Wir sind zeigen. Was für ein Farmer war das? Gelb. Da ist eine Büchse. Rufe die mal. Hey Büchse. Ola. Hey. Frag mal, warum die verhaftet wurde? Warum wurdest du verhaftet? Wann? Wurdest du gerade angehalten von den Koppers und nicht? Ja, ich bin rückwärts gefahren. Ah, tach Büchschen. Der Büchse wurde von den Hobbs genommen. Oh, von wem? Von den Koppers. Ja, bin rückwärts durch die Stadt gefahren. So, mal rein Büchschen. Ach, das ist gut. Komm, für 50 Dollar, fahr mal da einmal rein. Tschui. Tschüss. Tschüss. Wollen Jungs. Ich weiß nicht. Wird nichts ab. Ja, wir sind mal rein Büchschen. Wir waren auch grad. Wir waren grad oben beim Lost Nord. Und? Wollten den 15.000 geben. Wollten den 15.000 geben. Weil die nichts gesagt haben. Hä? Ja, wir waren letztens oben und da haben wir doch die eine Frau, die weggefahren ist vom Verarbeiter, wo wir die da umgeschossen haben. Die, die, die komische Ärztin da. Ja. Da haben die doch nichts gesagt. Ja, Finn wollte den jetzt 15.000 geben. Da haben wir jetzt direkt bei den Bullen. Warum wollt ihr den 15.000 geben? Seitdem fehlt, kann ich wiederkommen? Danke. Ich weiß nicht, ob es mir schon aufgefallen ist, aber sie stehen mitten auf der Straße. Ja, fahr weiter. Ja, dann fahr doch weiter, Mensch. Bitte, was haben sie gesagt? Du stehst auch mitten auf. Ja, zieh Leine, du nährst mich. Zieh Leine. Hast du schlechte Laune? Ja, hab ich. Ja, hab ich dir deinen Schlagen zu. 15.000 wollte den. Ja, tut mir aber leid. Dann hoffe ich, dass du heute nicht noch beim Händewaschen dir die Ärmel runterkuchen. Ja, dein Telefonkabel bricht. Jo. Jo. Hat der Finn den noch ne Schale Pommes gegeben? Nee. Der hat dafür als Geld übergereicht. Fahr weiter, das wäre freundlich. Fahr weiter. Oh, ihr Jungs, danke schön. Ja, Kurt, das beschwört sich doch dann wieder. Wenn du Geld einnimmst. Boah, hier Jungs, danke, dass ihr letztes Mal das Maul gehalten habt. Ihr habt ja 15.000. Ich hab das nicht verstanden, du? Er hat nicht zugehört. Geht das nicht so, das ist nicht so. Zoy, du machst was. Es geht das nicht so, das ist eine solche Länge. Ich weiß nicht, wohin wir sollen. Park? Wir können überall hin. Wo? Wir können überall hin. Ja, aber wo? Wolltest du mal so eine App auf dem Handy geben, wo wir sehen könnten, wo irgendwas abgeht? Ja, oder? Das ist eine Marktlücke. Sollen wir sowas erfinden? Ja. Wir können dann Standpartys machen und unter Böcke können wir Partys machen und in diese Böcke können wir Party machen, weil da eh kein Schwein ist. Komm, versuchen wir mal das Auto sauber zu machen. Aber das ist skand, ne? Warum skand? Warum warst du halt so? Schafft mir das? Oh, ich weiß nicht. Na klar. Kann ich sehen. Wo bist du sicher? Um rauszusetzen. Wow. Das gibt'n Katze. Meinst du, das Wasser ist tief? Äh, äh, oder? Aber ich dachte, hier ist noch Kacke drin. Ja, aber das wollen wir nur Auto sauber machen. Was? Wir wollen nur das Auto sauber machen. Ja, aber ich dachte, hier ist Kacke drin. Na und? Ich weiß nicht, ob das so reinigt. Aber es abbekommen. Meinst du es sauber? Äh, äh. Warum nicht? Äh, äh. Hätten wir es mal schwarz gemacht, dann sieht man das nicht. Oh, wir brauchen wir schon mal. Ja, hier hatten wir ein Date. Hatten wir nicht. Da schmeißt ein Zingepäckchen auf die, okay? Ja, okay. Wollen wir ein Auto kaputt machen? Von wem? Weiß nicht. Irgendwohin. Das musst du auch irgendwie sauber machen. Kannst du nachdenken? Ähm... Wasch-Anlage. Aber die funktionieren nicht. Doch, fahr mal hin. Okay, water. Jetzt kannst du durchfahren. Aber man muss das doch erstmal sauber machen, bevor man das trocknet. Ja, Juni. Hallo, was machst du? Wo seid ihr? Was tut ihr? Weichanlage, wir kommen jetzt in den Park. Ja, bis gleich. Tschüss, tschüss. Macht gut, ne? Ja. Tschüss, ne? Ja, macht gut. Tschüss. Kannst du auflegen? Ne, ich bin im Fall. Ja, das ist mir doch egal. Leg bitte auf. Nö. Du legst jetzt auf. Nö. Happy White in der Frühwahrheit. Scheidenrott Pass. Okay, have a good time. Rufen mit Freunde. Freunde. Ich pann gar nichts mehr. Machst du. Parken. Boah, du parkst wie meine Oma. Weißt doch nun noch du, wie du vor Monat Naule gefahren bist? Kannst gar nichts, kannst du. Wie ein Profi. Mhm. Stimmt nicht. Wenigstens könnte ich schneller einparken. Das ist eine Lüge. Keine Lüge. Boah, Lüge. Äh, äh, Teil Lüge. Wohl. Ich hab deinen Nippel gesehen. Ich hab deine drei auch schon gesehen. Links, rechts und in der Mitte. Asche. Und in der Mitte bist du empfindlich. Ruhe jetzt. Taktsam. Ich bin der Zubeauftragte zum Geierfüttern. Ach so. Der Brettschen ist da vorne. Hey, hast du eine Leiter zufällig und ein bisschen fluttert? Das ist der Lukas, ne? Äh, weiß ich nicht. Luca, Luca, Luca hieß der. Boah, ich weiß nicht, ob wir irgendwo die Leiter vom Schauspieler haben. Ach, das ist ungünstig, ungünstig. Die gucken mal da vorne in die Garage rein. Hier vorne links mal hier. Wer bist denn du? Ich bin Kyle. Ich bin vom Zoo Los Santos her geschickt worden. Ey, der hätte genauso rote Augen wie der Geier. Ja, wollte ich sagen. Ich hab eine Ausbildung in Philadelphia gemacht und bin jetzt extra hierher gekommen für euch. Ja, dann füttert ihr den Brettschen mal. Ja, ja, gut. Ach, tach, mein Mensch. Ach, tach, Mäckchen. Das ist der Geier, das ist der Geier. Der Zubeauftragte. Ja, gut. Ich guck mal, ob ich die Leiter hier irgendwo in den Garagen finde. Dann fütter ich mal den Geier, den ihr hier im Park habt. Ja, ja, dann stimme ich. Haben sie den schon kennengelernt? Wie gesagt, mir hat Danjo alles erklärt. Ja, ja, ja. Ehrlich? Ja, 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 ja. Wechseln könnten sie mir die Leiter zeigen, oder? Wann gibt's denn das Hansen Zoo? Komm mal her, ich zeig dir die. Hier. Was macht denn der Zauberer hier? Wer ist denn das? Das ist der Kyle. Hast du doch gehört. Hat er doch gesagt. Der Kyle Treiber. Der ist wohl... vom Zoo Los Santos hingeschickt worden. Der ist die Tiere. Was für ein Zoo? Ich hab nur nie ein Zoo gesehen. Ich auch nicht. Da oben in der Trailerpark wurde loswunden. Ach, du Scheiße, Alter. Was will der jetzt mit einem Brettchen machen? Der will den füttern. Aber das ist kein echter Geier. Das ist eine Lampe. Erzähl ihm das nicht. Was ist das? Und ich sag zu Finn, die haben 10 Millionen Feuer an uns abgezogen. Ich versteh nicht, was der alles in die Lampen habt, ne? Bei mir leuchtet die. Welche Lampe? Ja, jetzt nicht mehr. Bei mir leuchtet die. Ich krieg da ein Lied flackern. Versteh ich auch nicht, was die Lampen haben. War das nicht Leo? Das liegt am Alkohol bei Finn. Bei den anderen weiß ich nicht, was da... Übrigens hab ich den nur einen angerufen, der wird sich am Wuffenende treffen. Ja, viel Spaß. Und der hat gefragt, wofür Blech ist. Ob man damit Munition macht. Oh Mann, ey. Der hat zum Show rufen ist das. Hab ich dem auch gesagt, weil das kein Ding ist, sondern Blech. Junges A. Ja, wenn du das nach Petter rollst, kannst du daraus A nur machen. Max, fahren Sie mich mal kurz zu Kulis. Im Knast kannst du daraus Döffel machen. Oha, aber warum kannst du da nicht selber hinfahren? Weil ich das Auto wieder mitbringen muss. Dann. Da muss ich nochmal hin. Dann könnte ich auch gleich hinrennen. Aber ich hab doch ein Fahrrad, weil ich ja früh muss. Ach so. Anstrengendes Leben habt ihr hier im Park. Mhm. Füll da mal lieber Brettchen. Ja, ja, mach ich, mach ich, mach ich. Ich hab die Leiter leider nicht gefunden. Ich lass mir hier so einen Kran herliefern, so diese Hebebühne. Sonst kann ich nur ein SUV herstellen, da kletterst du aus, da hast auch kein Ding. Jetzt, das ist ja auch gut. Was essen die denn, die Vögel? Batterien. Batterien, das ist ne gute Idee. Die essen keine Batterien. Fische essen die da, oder? Der Keukhafen. Kleine Fische. Ist das nicht ein Fischreiher? Tiger. Das ist ein Reif. Elefanten. Dann essen die Mäuse und so. Okay, mehr Tiere kennst du, glaub ich, bald nicht, oder? Ah, die Tiere, ne? Was zum heiligen Fick war das denn? Das ist der Keil, das ist der Keil. Schwabe, warst du unter dem Auto? So, Beauftragte aus dem Los Santos Zoo. Und wo ist denn der Sohn in Los Santos? Ähm, warst du schon mal oben in, hier, in Sandyshaws ist das, unter, hier doch Sandyshaws. Da gibt's so einen Trader-Park und die haben natürlich ganz viele Affen bei sich. Die tragen Kunden meistens. Aber ein Zoo besteht aus mehr als nur einem Tier. Ja, die tragen Kunden. Hallo. Affen. Speziell hast du, sagst du? Das ist schon speziell, das ist für ganz harte Pflegefälle. Na gut, ich fahr mal hoch und guck mir das Ganze doch mal an, ich analysier ein bisschen. Tschüss. Was ist das denn komisch? Ist das denn komisch? Ist das ein Mann agar? Ach so. Ich hab ein ganz selbstsames Gefühl bei dem. Das ist ein Autosboot. Junge. Ob das... Ihnen vertraue ich dem Tub nicht. Der hat bestimmt ne große Familie. Wichtige Frage. Wer hat mein Golfcaddy weggepackt? Ich suche mein Golfcaddy. Was für ein Golfcaddy? Das stand hier in der Garage. Wo steht das? Ey, wie heißt der? Kylo. 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 Ich brauch mein Golfcaddy wieder. Mann. Lass mal fahren bitte. Wohin? Ja mit Fahrrad. Denk ich doch eh nie wieder. Kylo. Das ist unfassbar. Ich hab dafür 10.000 bezahlt fast. Warum das denn? Ja ich hab 1000 Dollar abgeholt. Weil ich kein Bock habe. Das werd ich mir merken. Ich hab das gefunden. Das Caddy. Kommen sie mit. Ich hab das Caddy gefunden. Lass mal zur Beschlafung einfach Musik hören oder? Was? Halt die Klappe. Das hab ich gehört. Hast du Musik? Kaperra. Kaperra. Dankeschön für die Prime fünften. Grüße. Und Ali. Dankeschön für die Prime siebten. Twitch Primes kostenlos. Wem X-Fall von Kurt Dispo. Da muss ich jetzt fahren. Aber ich mach nie nen Unfall. Und Rexy Dankeschön für Luis am zwölften. Und Vic Dankeschön für Luis am zwanzigsten. Okay das wollte ich nicht. Scheiß Abo. Scheiß Dreck. Aber seid ihr gegönnt mein kleiner Ape. Dankeschön. Außer dem mach ich nie Unfälle. Flach. Es ist nur ein Gain. Wohin. Barschang. Wohin? Wo treibt ihr euch rum? Wo treibt ihr euch rum? Wohin? Ja wo, im Park im Kreis. Alles klar, das ist Safe Zone. Wir kommen da hin. Ist es Lava wohl dabei? Da. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Wie lange macht er denn Papierkram? Der ist auf dem BKA. Der hat mich gerade anrufen. Soll ich dann Dicke anrufen? Ja. Alles klar, danke. Äh, Danju, hast du die Nummer von Dicke? Ruf dir mal bitte an, sag mal, der so klarkommt. Ja, der soll jetzt keine Fax machen, so herkommen. Oh, bis gleich. Peace. Oh, der freut sich schon, wie doll er, der kleine. Wild. Ich hab auch noch mein goldenes BMX im Ava-Stelle. Ah, mein verchromtes da auch noch. Damn. Was ist mit dir? Bist du ein Mann agar? Ein was? Bist du ein Mann agar? Ach, ich bin ein Zoo-Besitzer. Oder bist du der Typ, der PUBG hatten klaut? Ja, Miha. Ja, Boy, der Dicke geht dann, fragt nach einer Spelldose, ob du ihm eine geben kannst. Hm, dann gib du dem noch eine. Aber ich brauch meine. Die ist mit, ich soll zum Paar kommen? Der soll zum Paar kommen. Ach so. Oder bist du schon bei dem? Ich bin bei dem hier. Dann gib du dem einen, dann kriegst du eine von mir wieder. Aber ich hab keine, Yvonne, meine ist mit Extra-Gitzer. Wo seid ihr denn? Wir sind am Startpark. Ich komm noch kurz hin. Aber Juri kommt jetzt. Ja, aber Hurtig. Juri kommt. Ja, dann Hurtig. Nein, nicht abgeben. Meine ist mit Extra-Gitzer und das weißt du. Ja, ich komm. Ja, okay. Oder ich hab hier einfach die Lecks. Übrigens, was war das, der Bahnhof da vorne? Warum leckt das denn hier so? Geht's gut aus. Das muss ich sagen. Komm her. Ich mal einen Pimmel irgendwo hin. Hier. Da. Und lasst euch nicht von den Koppers wischen. Die Koppers sehen alles. Ich mach unser Gangzeichen überall hin. Ja, wir sind bei uns, ne? Bis dann. Das wird. Das wird. Das wird. Okay, ich hab da noch einen Fall gebaut. Mein Gott, da guckt man einmal nicht hin, Alter. Und für die, die sich dann beschweren, naja, der spielt das nicht aus. Ich guck immer auf die HP-Anzeige, wie der das abgezogen hat, ne? Und das war nicht viel. Also hat das auch nicht so wehgetan. vor die HP-Polizei wiederkommt. Wo die HP-Polizei wiederkommt. Ja, ich hab da noch nicht so wehgetan. Ja. Hallo. Wie siehst du denn aus? Ich weiß nicht was du meinst. Ach, ich dachte das wäre der Juri. Nein. Wie nennst du mich immer der Holländer? Du bist der Holländer. Ich hab mich schon wieder auf Fresse gelegt mit dem Fahrrad. Was gibt's denn da zu lachen? Mach die Karre auf! Wer ist jetzt Juri? Wen musst du mir vorstellen? Okay. Was ist denn die Juri? Hat den Schlag im Fall? Nein, er ist schon gerade in unsere Akte. Was geht ab Slava? Was ist denn die Akte Nummer für mich? Drei. Nummer 46. Aber was dann? Monster, danke für den Prime 7. Und Marcy, danke für den 45. Auf 45 Monaten wusstest du, Bienen können Fransch machen werden? Ist das Glück mit diesen Hosen zu hinten? Egal. Deshalb werden Insekten oft unterschätzt. Alles gut. Juri hat Spaß, glaube ich. Kameltau. 46, das ist nicht Tankstelle. Der meint die Kippeln. Ja, ich meint die Kippeln. Wir müssen wohl in nächster Zeit ein bisschen was auf uns aufpassen. Warum? Ja. Wie siehst du denn aus der Welt? Ich hab doch gesagt, ich mach mich hoch für dich. Bist du der O'Brien? Der was? Der O'Brien, der Koppel, der trägt die Hose auch immer. Puh. Nächster, aber hier, das ist das Hotel, das ist nicht Tankstelle. Ah, da, ich seh grad, warte. Juri, hast du Öl getrunken? Deine Stimme ist so salchglänzend. Arschloch. Wir haben letztens Jubiläum ein Mikrofon eingestellt, weil er immer so rauscht hat. Vielleicht den Max in einer Geiselnahme. Von wem? Dann darfst du raten, wer gerade oben bei uns war, wollte etwas bezahlen, was abgelaufen ist. Kiez. So. Die haben das auch nicht auf dem Schirm, ne? Was soll ich dazu sagen? Die wollten das jetzt erst bezahlen, zwei Wochen nachdem es abgelaufen ist. Nein, 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 die wollten jetzt Tankstelle bezahlen. Hä? Ja, ich bin grad Eintrag am Suchen, aber ich finde den scheiß Eintrag nicht von der Tankstelle. Doch, da ist. Warte. Welchen immer ist es? Das ist abgelaufen. Am 14.01., Angebot abgelaufen. Am 14.01.? Am 14.01. Also, am 14.01. Das ist jetzt schon fast im Monat. Dann sind die ja früh dran, wenn die jetzt zahlen wollen. Normalerweise. Also, nein, falsch. Jürgen, welche Nummer ist das? Äh, Nummer 32. Angebot erstellt am 26.10. Zwei Wochen ist gültig. Ja, aber das kann doch gar nicht sein. Wir haben doch erst im Januar das Hotel geholt da. Es geht um Tankstelle. Ja. Ach, oben die. Mirror Park. Nö. Oder in Chinatown. Nein, nein, nein. Noch Mirror Park. Immer noch das Mirror Park. Aber die wollten jetzt für Chinatown bezahlen. Jetzt wollten die für Chinatown bezahlen. Also, wollten die quasi nur den Standort wechseln. So. Wie lang ist denn das? Wie lang ist denn das? 26.10. Intervall da ist im Mobile Park, ne? Da haben wir doch sogar noch gearbeitet mit ihm nicht. Boah. So, und am 14.10. habe ich gern geschrieben, Angebot abgelaufen. Vier Monate her. Vier Monate. Ja, und jetzt? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, die sind... Also, laut Staffa sind die sehr... Ja, püssig. Wieso, was habt ihr denn gesagt, als sie kamen? Das Staffa hat gesprochen. Ich war im Gespräch für den Verkauf. Der wollte bezahlen. Der wollte bezahlen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich schaue in den Akten, ob da schon ist eine Rechnung. Dann habe ich nachgeschaut. Dann musste ich ihm halt leider sagen, dass das Angebot ist abgelaufen. Das Juri hat geschrieben, wegen keiner Rückmeldung. Na klar, nach vier Monaten, hallo. Ja, und dann hieß es von wegen, sie können eine Anrufliste zeigen. Sie haben jeden Tag versucht, Juri zu erreichen. Er geht nicht hin. Und wörtlich hat diese Chan dann gesagt, scheiß auf Juri. Jo. Jo. Und ich glaube... Hat er auch gesagt, dass dir nur Wehrlose geht? Also, wir bieten euch gerne einen Hotelplatz hier an, ne? Boah. Aber haben die denn angerufen, Juri? Was? Aber ihr habt doch... Ihr habt doch im Dezember gequatscht. Ihr habt doch Miano gequatscht wegen dem Motiv. Teil... Ja, richtig. Warum haben die das da nicht gemacht? Ja, komm... Kein Geld. Aber wo ist denn das Problem, sich jetzt einfach einen neuen Kosten vor den Schlag zu holen? Ich weiß nicht, was jetzt beleidigt sind oder so. Keine Ahnung. Strava hat gesagt, ist am 18.02. keine Rückmeldung erhalten, aber das war das Angebot für den hier neues Hotel. Da. 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 NotКакweise kriege ich dich ja auch zwischendurch einfach so erreicht, weißt du? Ohne dass du zurück nomest. Genau, richtig. Ja. Egal. Das ist doch nicht unser Bier. Hätten sie nicht so n Angebot bekommen wegen den Möbeln auch? Dass sie doch unheimlich viel Geld sparen? Ja das ist abgeraufen. An 5.02 thbs. Hätten die nicht irgendwie 3 Millionen gespart? Dann kann sich kein einziges Verf***tes Mal gemeldet dafür. Aber die hätten doch irgendwie drei Millionen gespart. Fast vier, richtig. Und dann... Ja, keine Ahnung. Ich glaube, der Willi sollte das mal über deine Hand nehmen. Der hat das in die Hand genommen. Okay, dann weiß er auch nicht. Selbst wir dummen Köpfe. Wir bekommen das doch hin. Ich weiß genau, wann ich irgendwas verlängern muss. Wann nicht. Dann schällt es sogar in meinen Händen. Ich habe Wecker. Warte, wir haben mich hier überlegen. Warte, man muss BK. Donkey Kong. Denk dran, wenn du da eine Mega-Mold hast. Was machen wir jetzt, ne? Bist Gangturf, ne? Ja, sowieso. Ja, aber du hast auch nichts davon, wenn du das da irgendwie investierst und die machen dann immer Welle. Weil die damit nicht einverstanden sind. Du meinst jetzt die Gröfe oder wer? Ja, ja. Ja, pfff, dann guck ich nicht machen. Ansonsten rufe ich Bademeister an, dass er dich macht. Wird du nicht vorher mal quatschen, ob die damit cool sind? Was haben die da zu melden? Die machen, die haben noch nicht mal deren Tankstelle gehört denen. Nein, die wohnen dann. Deswegen, lass nicht drüber reden. Okay. Also, ich quatsch das da auch gerne nochmal an, aber ich will mir sowieso erstmal gucken, ob er das da überhaupt reinbasteln kann. Weil wenn er da nicht reinbekommt, dann müssen wir sowieso umgucken, wo wir es sonst dann machen. Weil es soll ja schon ein bisschen größer sein. Warum das so groß genug? Ja, habe ich auch gedacht eigentlich, aber irgendwie meinte Jonny vorhin von wegen, dass das nicht groß genug ist. Da habe ich gedacht, Junge, das ist halt, das ist halt mit das größte Gebäude, was du hier bekommen kannst. Ja, und es gibt diese Maze-Bank Arena noch, ne? Ja, aber ich weiß nicht, wie stark und gut du die ausbauen kannst. Die ist eher so für Monster Truck. Können wir auch machen. Nein, lieber Go-Kart gegen Monster Truck. Jeder fährt gerne Go-Kart in eine Halle. Standard, Alter, Standard. Ja, deswegen. Wo gibt es denn noch eine große Halle? Ich habe allgemein dann auch gedacht, ob ich so ein Probepaket dann anbiete für die Cops, dass die an Rennfahren da drin üben können. So ein Kopperspezial. Aber wo gibt es denn noch eine große Halle? So ein Go-Kart kommt zu Sirenen drauf. Deswegen mal gucken, was er gleich sagt und dann abwarten. Ne, das ist schon... Hier, mal richtig gut was zu essen für dich. Oje, was hast du denn da gegeben? Apfelkuchen oder was? Ne. Veggie-Burger und Maiskuchen. Junge, Alter. Du weißt, es ist ein Illegal auf der Street, ne? Die Maiskolben. Das ist eine rare Ware, höre ich immer. Ey, ich weiß doch, dass Cody nur ein Dings in Erlaubnis gekriegt hat, die zu verkaufen da am Laden. Aber die dürfen nicht auf der Straße landen. Für dich gibt es Dönerbox und ein Fettschi, Junge. Geil, ich gehe kaputt, man. Endlich wieder nach Knoblauch stinken. Geil. Ne, ist ohne Soße. Ah. Heute ohne Soße. Ist so hier... Wie heißt es? Fettarm. Was ist denn mit dieser Pferdebahn? Pferdebahn? Dass man da im Kreis fährt. Bei diesem Diamond Casino. Aber dann muss... Ja, dann muss er wie mit dem Casino glabbern. Ich denke, die werden da was gegen haben bestimmt. Was glabbern hat die nicht? Mit dem Casino glabbern. Ich hoffe, den gibt's gut. Ja, ich hoffe, den hoch. Nee, das Casino dann noch ausbauen und all so'n Scheiß. Und das ist dann doch auch wieder Kopfgefick, ja. Wenn du dann da hinfahren musst und dich erkundigen musst, wo du hin musst. Deswegen, also so Maze Bank Arena ist halt die Frage, ob man das so geil ausbauen kann, ne? Das ist viel zu groß, Mann. Mann, da fahren die Monster-Trockern so drin. Ja, deswegen hab ich halt gedacht, so. Eigentlich ist halt Megamall schon geil. Wenn du so rein kannst, so, keine Ahnung, so Tribüne-mäßig noch ein bisschen. Passieren zum Zuschauen. Und dann, dass du deine Strecken fahren kannst. Kannst ja vielleicht auch vielleicht einbauen, dass du so nach ein, zwei Monaten oder je nach Quartal halt noch mal was änderst. So, die Rennbahn ein bisschen. Oder Quartalswesentlich ist jetzt schon ein bisschen zu früh, aber ich mein, so alle halbe Jahre oder so. Aber sonst kenne ich auch kein großes Gebäude und außerhalb der Stadt will ich halt eigentlich nicht. Tschüss, gute Nacht. Tschüss. Dann musst du mal fangen. Ich komme mal mit. Ähm. Genau. Wollen wir uns, wollen wir mal zu der Megamall fahren? Ja, können wir machen. Okay, dann lass uns weiter. Also, aber warte, stell dir das mal vor. Ja, grüße. Oder so, wir können dir auch hier schon vorstellen. Das ist der D.K., D.K., das ist Juri und Slava. Juri und Slava. Juri und Slava. Hey, hey, hey. Moment. Hey, hey, hey. Oh mein Gott. Ich hab hier Business. Ach so, ja, dann sag doch was. Hey, Johnny, komm mal Gott. Sprech die doch mit Namen, Mann. Julian, danke schön für den Gifted und Hamadini. Und Chad pennt immer. Hallo. Ist nichts Neues. Alle Mude. Ist ja auch schon wieder 11 Uhr, wohin auch immer die Zeit hingeht. Keine Ahnung. Bäh. 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 Hallo. Bäh. 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 Boah, Russen haben keine Emotionen, ne? Die lachen nie. Doch, ich darf, wenn du eine Flasche Wodka einschlitzt, dann sind die glücklich. Und dann kommen wir ein Grinsen auf unser Gesicht. Richtig. Schmech. 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 Bäh. Was zum Toffen macht der? Jetzt geht der tief rein. Muss kratzen. Das macht Mila auch immer zu Hause. Kommt davon, wenn man sich rasiert da unten. Dann juckt das danach. Schmech. 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 Boah, ich weiß nicht warum, aber damals habe ich immer, wenn ich telefoniert habe, salutiert. Das musste ich mir voll krass abgewöhnen. Die Zeit kann ich auch noch. Ich kann es auch nicht mit ernst und ernsten Gesprächen mitnehmen, oder? Du kannst dir niemanden ernst nehmen, Umeh. Der wird Anwalt, du lachst. Ist so ein Scheiß? Ja, kein Spaß. Der wird von Slam nur in Anwalt. Stell dir mal vor, du bist in Klasse und kriegst einen Strafverteidiger und dann kommt der. Wie kriegt er das mit dem Heilzaun so gut hin? Bist du Beatboxer? Geil. Der kann sich auf 10 Stunden Klasse freuen. Boah Junge, da kriegt die Langeweile absolut. Ich bin so im Gericht. Nox vor Dankeschön für den Primal fünften und Irish Katie Dankeschön für den Primal neunten. Ja, stell dir vor, der Verträglichkeit. Und man weiß, was das Gute ist. Die müssen sich ja mit dem unterhalten und die haben halt zwei Stunden Zeit, dir was vorzulegen. Vorzulegen, ne? Und ich glaub, die brauchen sehr sehr lange, um das zu entziffern, was der von dem will. Also das heißt, du kannst auf die Option auf jeden Fall raus. Das hat positive als auch negative Seiten an sich. Das will ich immer beenden. Das hat positive Seiten. Und das ist auch auf den Lieben. Tödel, Töter, Töter! Tödel! Mettel! Oh, Kopfschitz vom Lachen, Alter! Wie kann man nur soviel Langeweil haben? Da steig ich mit ein. Was ist mit Luis? Bist du eingepennt? Ist der im Koffer rum? Ich hätte auch gesagt kurz, kurz hierherfragen. Oh Gott. Vielleicht fällst du Goldschmiede. Mh mh. Gibt's nicht irgendwie ne Sitcom? Mach mit dem ne Sitcom auf oder so ey. Mh. Juri. Mh. 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 Du, wenn du soviel Langeweile hast, dass du nix an was mir einfällt als sowas. Ich bin raus, gute Nacht. Ciao. Wo warst du noch nie drin? Ja, das heißt allerdings, ich bin drin, gute Nacht und ich bin raus. Was meint ihr mit rausgehen? Das ist der auch nicht. Deswegen ja. Haben wir da kurz gekickt. Was ist denn hier los? Geil, ich hab's immer zugehört beim Telefonat. Ja, das... Mh. 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 Unser neuer Firmenanwalt, ja. Äh. Also nochmal, das ist Juri und das Slava und das ist der hier DK, ne? Der Holländer. Der Holländer, genau. Äh, vorab hab ich noch ne Frage, Juri. Wegen der Shisha-Bar hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, weil wir die schon ausgehörmt hatten. Ähm. Wie sah das jetzt aus? Wurde das jetzt deswegen günstiger oder nicht? We... 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 Was hatten wir gesprochen? Wir reden so viel hier, dass... Ja, ich weiß. Pass auf, wir hatten... Du hattest ja diesen kostenen Voranschlag gemacht, ne? Für die... Für die Shisha-Bar. Naja. Die... So. Ich weiß nicht genau. Genau. Und wir hatten... Wir hatten die ausgeräumt schon. Ähm. Du hattest... Oder du wolltest irgendwie nach... Wie gesagt, wir... Wir ziehen das dann, ähm... Von der nächsten Rechnung scheiße ab. Richtig, genau. Bei... Bei Abschlusszahlung, wir ziehen ab. Richtig. Okay. Weil derjenige, der hat mich nur gerade gefragt, wie viel das abgezogen wird, damit er genau weiß, wie viel er noch zahlen muss. Um... Rechnung gucken. Moment. Teddy! Ich muss noch einen großen Teddy bestellen, fährt man gerade so einen für euch. Teddy! Boah, das will ich feiern. Da im Springen von so'n großer Teddy. Schmarr. Schmarr. Ja. Teddy! Jungen, hupst du noch einmal, Junge, bekommst du ein Brett. Und das zum Thema kurze Zündschnur. Weil jemand zweimal hupt. Junge, Stück A, ja. Wie er leid verliebt. Was haben wir da? Ja, keine Ahnung, 500.000 können wir abziehen. Okay, soll ich den Bescheid, danke. Teddy! Wer spürst du dieser späten Oster hier? Teddy! Priviat! Ja, wir kommen nachher abholen. Alles klar. Bis später. So. Wir können ein Auto abholen. Ich glaube, der Slava ist zum Handgefahr. Ich glaube, ihr wechselt euch ab. Ich muss nicht verfehlen. Ey, wo ist der Junge? Jetzt ist das Ding von Juri Antworten. Was braucht der denn? Ich habe einen Anruf auf Leitstelle. Ihr habt eine Leitstelle? Juri Customs Architekt Slava hier. Was kann ich gegen dich tun? Nein, du musst nicht mit mir reden. Dann, halt nicht. Na. Junge, kürzest. Ja, tue ich doch nicht. Was denn? Ich habe irgendwas genommen, Alter. Was hast du genommen? Was kannst du denn? Ja, guck doch mal drüben. Verarschtet. Hier stehen drei Schwabels. Was? Hier stehen drei von der Sorte, Junge. Was für Nummer war gewesen? Aua. Man, ich kann nicht schnell. Ich bin hinfallen. Junge, ich kriege nicht. Junge, irgendwas bereutet. Ja. Was zum... Junge. Ich habe meine Söhne gefunden. Wer seid denn hier? Das sind meine Söhne. Tag, Tag, Jungs. Das sind meine Söhne. Tag, Tag, Jungs. Tag, Tag, Jungs. Wala, Bibi. Meine Söhne hat auch nicht gelagen. Das sind meine Söhne. Das sind meine Söhne. Wer kommt da rüber? Wo steht die hier? Ja, aber du weißt jetzt Bescheid in der W? Ja, 500.000. Ja, weniger. Ey, Jungs, A. Ja. Rufen Sie mal an. Ich habe was in die Nummer gewischt. Warum tun sie so? Die können nicht tanzen. Ah. Seid ihr Schandendoppelgänger? Ja. Die können nicht reden. Naruto Shippuden? Redet doch, Leute. Ich wollte nicht reden. Was denn? Wallabibi. 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 Ah, die kleine. Junge, ich kriege nicht. Also, so was Dänliches, ne? Ich hab gesagt, mal gucken. Nein, 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 nein. Da stehen sie doch nicht. Was? Ich glaube, das ist Jivke, ja. Oh, dich. Na, scheiße. Ich hab den dann schon das 10. Mal versetzt. Ja, hallo. Warum sitzt du hier, als hättest du keine Freunde? Na, erstens habe ich keine Freunde und zweitens sitze ich gerne. Okay. Willst du gleich mitkommen? Was denn? Zum Megamall? Was gibt's da? Wir gucken uns das Gebäude an, weil der einem von den Jadis da eine Go-Kart-Bahn reinmachen will. Also eine Go-Kart-Bahn aufmachen will. So ein Angebot, den die Megamall? Ja. Alles muss raus, Schlussverkauf! Warum Prügler? Genau, ah! Wer sind die? Wer ist was? Die Prügler. Keine Prügler. Na, die da. Prügler sich. Achso, das sind Schandendoppelgänger vom Schwabbel. Ich stelle keine Fragen. Oh, und Mr. Bean ist auch da! Kommen sie mit? War das in den Flaschen da vorne? Das ist eine gute Frage! Ist da vielleicht zufällig Rattengift dabei? Nein, dann hätt ich die schon alle vergiftet, hier. Ohoah! Ja komm, setz dich auf meinem Schoß Ich setz hier auf dem Kasten nur, du! aber ich bin ja weihnachtsmann kommt alle mit jetzt schon steigende karin was mein auto aber ich habe keine karte kommt ein eskel mein platz im auto ist hinten kommen sie kommen sie steigen sie ein wollen wird gefahren eine autobahnraststätte da setzen wir dich jetzt aus da geht es aber nicht lang da geht es lang auf dem trottel was soll das denn warum bleibt der da stehen vor allem was hat der für bremsen gehabt war das einer von uns der wagen sah so aus als könnte von uns ich weiß das ja nicht dass das das riecht nach einem teuren auftrag das gebäude ist sehr sehr schmal sehr hoch und sehr groß sehr hoch aber sehr schmal aber zwei etagen fahren ja dann müsstest du ja wirklich immer zwei etagen machen dann müssen wir nochmal 25 drauf regeln wir haben uns verkalkuliert sind 75 millionen ja das zahlen wir alles mit steuergelder das zahlte fischer warum bekommen aber eigentlich könnte man doch für sowas könnte man doch eigentlich so einen antrag stellen weil das ist doch förderung des soziallebens in des haushalt weil das ist doch für alle wir haben eine förderung zur aktualisierung ja dann sagen die geht durch das ganze ghetto sammelt dann könnt ihr bauen ja aber das ist doch ein aktualisierung wie viel kohle wir reinpucken in des haushalt allein bei uns neuer kohle alles mögliche das wird hier so ein richtiges hipster warte pass auf wie hast du dir das überhaupt vorgestellt das dk weil wenn wir jetzt wirklich an der seite von dem gebäude gehen das ist echt schmal ne aber das ist lang Bilderpips weil hinten ist noch ein anderes gebäude ne das ist nur ein kleines dran ja könnte man damit weiss ich nicht wir müssen gucken ob ihr vorkastrecht bekommt dafür achso ja aber lass mal an der seite gehen ich würde mir gerne von der seite angucken ich werde noch nie mein leben arbeiten dafür brauche ich erstmal ein vorkostrecht dass dir das gehört ach stimmt das ist kein problem sagt er da bin ich mal gespannt kauf dir ein zelt für schwote im dg hm hm ja ja war doch nicht besser bro ja hier hinten wo der kasten zu Ende ist geworden ist da kommt nächste Gebäude da hinter ja das ist aber auch nur so eine Halle ne aber hier ist ja diese diese ich glaube hier ist das ist eine Halle das ist eine Halle ja aber hier ist für storage hinten die hintere seite also das ist nur dieser blaue Kasten hier dieser große Megamall das andere ist eine andere Geschäft illegale Geldmaschine ich könnte mal moment ich kann mal grad in dieser übersichtskarte hier ist das nicht das Lager von dem Laden also was ich auch schon überlegt habe ist was ist eigentlich mit der Macebug Arena daran könnte man halt auch so was rein machen ne hast du 50 bis 100 Millionen so viel ja warte warum kratzt du dir im Arsch warum kratzt du dir im Arsch warum kratzt du dir im Arsch 4015 ist der Postelcode zwischen 4015 und 4008 genau dazwischen ah das ist nicht eins BAM ich pass dich nie wieder ein ich pass dich nie wieder ein das hast du als 3 warte 4015 15? Ja. Kaldi! Warte mal, wie toll ist das? Weil du hast dir im Arsch gekratzt. Boah ey, ja dann fass mich doch nie wieder an. Weil das ekelhaft. Du bist ekel geworden. Du kratzt dir im Arsch. Boah, es hat gejogt, was soll ich denn tun? Ey. Ja. Ich kann mal den Popo nicht richtig abputzen. Was? Was kannst du nicht abputzen? Den Popo, aber okay, ey. Boah, steh auf. Was ist das? So besser? Ja. Halt, 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 halt. Nein. Weißt du, ne, der Popo, will dein Bauchnahme gebummst? Ja? Der Schlamm ist lang her. Der Popo. Ja. Ja. Ja, lass uns weitergehen. Hey. Es geht ab, er ist sehr edel. Was machst du schon wieder? Ich lasse nur vor. Alles gut. Hey. Gute Abend. Gebäude sag ich mal zusammenführt Ja, dann weißt du, was du jetzt zu tun hast, Kollege Und da brauchst du halt sehr, sehr viel Kleingeld Eher Großgeld, eher so Was kostet Geld? Also das Ding ist ja, ich glaube, das Ding ist So eine Kartbahn ist ja immer Aus Reifen gemacht, ne Du hast ja alte Reifen einfach nur Immer an der Seite als Bande halt So, aber ich glaube, das Teure, was darin ist Ist, glaube ich, dass da diese Karts sind, ne Oder? Gibt es hier überhaupt so eine Karte? Die müsste man, glaube ich, dann Einfliegen lassen oder sowas Ich weiß es nicht Importieren Ja Das ist halt die Frage, läuft dieses Importieren auch über euch? Nein, 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 das läuft dann über Gewerbeamt Nein, nein, du, pass auf Du musst beim Gewerbeamt Musst du deine Firma vorstellen und was du da vorhast Und die sagen dann, ja, ist möglich oder Nee, ist nicht möglich Und da musst du halt auch reinschreiben, ne In deinen Geschäftsplan, so Wir brauchen Karts aus dem Ausland Ja, das kann ich dir vorher nicht sagen Das ist das Problem quasi Er muss sich erst das Vorverkaufsrecht holen Und das Gewerbeamt melden Das sind die ersten zwei Dinge, die du machen musst Bevor du zum Juri gehst und dem fragst, ob du das singst Gibt keine große Lagerkarte hier irgendwann Das ist ja nicht hier Theoretisch, ja Selbst wenn du eine kleine Go-Kart-Bahn hast Mach mich hier wie früher auf diese Dinge hier für Kinder, wo du Kreis fahren kannst Das bin ich Karusel Warum meinst du Der muss nachdenken Ey, DK Was ist mit dem? Warum redet der nicht mehr? Kaputt Ey, DK, du Fokke Holländer Oh, ja, nicht nach Autoscooter, Autoscooter wäre auch wild Sohn von Mike Blues Risperi Guten Abend Eigentlich schon mal drüber nachgedacht, Synchronsprechend zu werden Dafür ist meine Stimme nicht gut genug Ja, hallo Ah, top Die ganze Zeit, ja Hi, Grüße Also weißt du jetzt, was du zu tun hast Du musst dir Gewerbeschein für diesen Postelcode hier holen Du musst einen Gewerbe anmelden Mit dem, was du vorhast Der muss genehmigt werden Und in der Zwischenzeit musst du dir das Vorverkaufsrecht für die Mega-Moll holen Ja, richtig Mein Plan war halt, also Klar, dass ich Das weiß ich, dass ich alles holen muss und so Aber ich wollte halt erstmal mit dem Vorhinein wissen Ob das überhaupt möglich ist Dass man das hier reint Möglich ist alles Weil wenn ich das nicht weiß Also wenn das halt abgesagt wird Dann brauche ich mir keinen Gewerbeschein und sowas holen Für das Projekt Wenn es sowieso nicht umsetzbar ist Ja, du musst erst mal gucken Ob der Gewerbekorb überhaupt Hier in so einem Oh, Schüsse Das geht denn übermachend aus Weil ich sage auch Nein, das ist so laut Weil, keine Ahnung Irgendeine Seite Schnecken sich hier gestört fühlen Bei ihrem, weiß nicht Nachtspaziergang Ja, das muss ich halt andere Objekte suchen Ja, ich wollte gerade sagen Fällt euch jetzt spontan irgendwas ein? Hangar am Flughafen Flughafen, ja So ein Hangar Aber Flughafen ist doch mal abgesperrt, ne? Aber das kauft ihr für 150 Millionen Das Military Base Was, was ist mit Postecode 3604? Ich weiß nicht, wo das ist Ist das eine Halle? Das ist unten in der Stadt Also ganz, ganz unten Ja, ich habe hier andere Postecodes Also ganz, wenn du jetzt quasi geradeaus Noch unten Wie das hintern heißt Ja Also quasi das Mittelstück am Hafen A350-58 Das ist die große Haare Ja Also rein theoretisch wäre sowas da unten definitiv besser für sowas Weil du da Wärmtechnisch ist das scheißegal Aber sowas ist das Ding halt auch nicht, oder? Das sieht aber schon ordentlich größer aus Doppelt so groß ungefähr Ja, ja Das würde schon reichen, glaube ich Ach, das ist die GPS-Gebäude Nein, nein, nein Posteling Nein, nein, nein Das ist woanders Das ist A350-42 Ist Postal Keiner mag das, was da Ach nein, ihr habt ja andere Scheiße Nein, auf diese lange Zunge, die 90 Grad Winkel runter geht Das rechte Gebäude Du hast aber eine lange Zunge Naja Kannst du noch mal sein? Kannst du noch mal sein? Ich habe gesammelt Sag doch noch mal Nein Jetzt gehöre ich an Ja, dann bin ich glaube ich da eher auf dem Denke ich Fühlt sich dann noch keiner gestört Schreibe erstmal dein Gewerbedingst bei dem Gewerbeamt Und frag erstmal nach Ob man diese Autos-Dinger da Überhaupt importieren kann Ja, ja Ich will Wisst ihr da, kennt ihr euch da besser mit aus? Kann ich mit euch da Rücksprache halten, weil ihr auch ein Gewerbe angemeldet habt? Oder Womit? Was? Mit dem, was ich da alles reinschreiben muss und was die alles brauchen Du bist ein Businessplan machen, was du vorhast Und dann brauchen die nur deinen Ausweis Achso Name, was du vorhast, wo du es vielleicht vorhast Achso Was du dafür brauchst halt noch, ne? Mhm Was importiert werden muss und was nicht Na gut, dann will ich da mal Diesem Sonntag da von 15 bis 16 Uhr, ne? Ja Ansonsten haben die auch einen Briefkasten Wo der Johnny vor zwei Monaten mal was reingeworfen hat und nie Rückmeldung bekommen hat Ja Ist doch geil Aber die Briefkasten haben sie trotzdem Den kann den keiner nehmen Nee gut, da weiß ich Bescheid Aber grundsätzlich könnt ihr auch Kartbahnen bauen, sagst du Also, ihr kriegt das hin Für 50 Millionen bauen wir die Ahne, ist kein Problem Woher kommt überhaupt die 50 Millionen? Weiß nicht, ich hab gefragt, wie viel Budget ihr habt Er sagt, ja, so viel wir brauchen, ne? Ohne Ende, hab ich ja alles klar 50 Millionen, kein Problem Idiot Ja, ist ja so, wenn ich ein Projekt umsetze, würde ich es umsetzen Also von daher muss ich dann ja sowieso das zahlen, weil ihr seid die einzigen Architekten, die es hier gibt Also von daher Ja, noch bis nächste Woche Warte mal, was ist nächste Woche? Na, reisen wir aus? Ja, aber ihr macht trotzdem nur Beaufträge oder nicht? Ja, wo wir Bock drauf gehabt haben, ne? Ja, warum mache ich das auch? Schnell, 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 schnell Weil die keinen Bock mehr auf Los Angeles haben Und die haben so viel Geld Die können Los Angeles kaufen Jetzt sind sie auf Madeira Ich hab gehört, Zypern ist das Neureiseziel In Zukunft Ich dachte ja, in Kuba Zypern, 0% Steuern Zypern wird gar keine mehr Also Holländer, weißt du Bescheid Ich weiß Bescheid Ich danke Ich kann dir bei diesem Gewerbedingens einen Tag helfen Das wäre super Das wäre super Das wäre super Ich hab keine Hobbys, ne? Der hat wieder Kühe umgeschubst, hier Habt ihr schon einen Käufer gefunden für ein Villa? Ja Ja Also verkaufen die die? Ja, Kops kaufen Die liegen zusammen? Ja, mit Von Steuern Ne, sieben Leute liegen zusammen Naja, warum sind die von Steuern? Ja, wir sind die Brüder los und fertig Wenn ihr mal einen Platz braucht zum Teil Im Junkie Park ist immer eine Patratze frei Bobin, was ist mit dir, Junge? Was gab dir denn hier, Gaben? Das ist das Übliche, damit er überhaupt klarkommt auf dem Tag Erstmal Schultern aus Kugeln Warte, mach nochmal Doppelpiece und geh in die Hocke Guck mal, das ist eine Krabbe Das ist eine Krabbe, ja, Mann Gott, zählt die Oren, der heult, der ist entdeckt, ne? Kann man sowas lustig finden, Alter Die Mila jongliert mit ihren Brüsten Da nicht Du Schwein Schwein Mila hat mich gerade geboxt, deswegen bräuchte ich eigentlich meine Evo Wer fährt überhaupt schon wieder den Schlagen? Juni, weißt du, wo der Schlagen ist? Ne Boah, und das hasse ich so, ne? Was denn? Wie ist das Kennzeichen vom Schlagen? Ich lasse Orten Psun Psun Psun? Ja Gib mir einen Moment Mit Null oder O? Mit O Jungs, Alter, ist so los Ich gehe schon ran jetzt an dein scheiß Telefon, komm schon Oh, die Hunde sind weg Grüße Schnell 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 mal kurz ein Kennzeichen Ja Bist du mit dem Schlagen unterwegs? Ja, ich hol grad die Kohle von dem ODM Auftrag Achso, ne, okay Okay, dann mal, ich wollte nur wissen, wo das Auto ist Wir wissen, wo das Auto ist Ja, ja, ich bin gleich zurück Okay, tschüss Weiß ich grad nicht Ich hab, wie gesagt, immer schon Abschleppunternehmen angerufen Wir wissen, wo das Auto ist, schon okay Ach, perfekt Ne Claudin ist damit unterwegs Geht mir so auf den Sack, ne? Hey, ich weiß noch nichts Wie gesagt, ich hab so einen Abschleppunter 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 Was ist denn da? Oh ja, schläg mal Ja, wie gesagt, ich war so ein Abschleppunter Ja, wie gesagt, ich hab so einen Abschleppunter Wo ist das? Singurin Ich will, ich das Unternehmen Achso, das darf ich natürlich auch nicht äußern Milla, geht's dir gut? Sex, Röstis Ja Gibt's dir gut Ich hab so einen Abschleppunternehmen Ich hab so einen Abschleppunternehmen Ich hab so einen Abschleppunternehmen Ich bin von spASS Egal Digga Digga, was ist mit Euch nicht wichtig oder? Nein, nein, nein A intellectual Ehh Ok, können wir gehen Also wirklich Toby Kann man nur noch klatschen Das kann man nur noch klatschen Was ist das Das reicht jetzt, okay Besser ist das hier Lass uns lieber nach Hause gehen, das war heute zu viel hier. So, warte, kommst du nicht mit? Kann man so viel Langeweile haben, alter. Ja, ich weiß Basti. Der muss Anwalt werden. Gut, ja, das ist halt so genial, ne? Ich hab vorhin schon gesagt, wenn du unten einfach bist in der Zelle und der kommt als Strafverteidiger, du wirst die zwei Stunden rumkriegen und darfst auf Quatsch und raus. Glaub mir, die verstehen den einfach nicht. Ich darf gar nicht. Verfolgt, bist du mal beschäftigt, du hast Spaß im Knast. Oh, Gerichtsverkrankung. Oh, ich muss popkeln. Dafür muss ich einfliegen. Ja. Dafür lässt du dir auch eine Couch in den Gerichtssaal stellen, oder? Ja, wir haben wieder ab, oder? Ach so, oh. Ja, wie bist'n du? Äh, ich hab paar Sachen übertragen. Was hast du übertragen? Warte. Ähm, ich spreke gerade oben in der Grove. Nein, hör auf damit. Zu spät. Bin schon voll dabei. Du weißt schon, dass das ein Gang-Turf ist, ne? Hier ist kein Schwein. Na und trotzdem nicht. Das macht man nicht dumm, Kopf. Sandi doch, komm. Äh... Stehst du dann vorne an der Front? Ja. Ich steh ganz vorne. Wo seid ihr denn? Ja, der sucht gerade ein Auto, deswegen. Es war ihm eine Freude. Hallo? Hast du das Auto schon gefunden wieder? Ja, sehr gut. Ja, ich hab das schon. Hallo? Ach so. Hallo? Das hab ich dir aber grad fünfmal gesagt. Wir sind am Parkplatz, komm. Hallo? Hallo? Hi. Was machen wir jetzt hier? Wir stehen hier. Ja, hallo. Willst du mich verarschen, Mila? Was denn? Komm raus da jetzt. Ey, du redest nicht. Ich fag, wo ihr seid. Ich hab gesagt, am Parkplatz. Du hörst nicht zu. Nee, du hörst nicht zu. Komm raus da. Ja, chill. Machst du die gleich in die Hose oder was? Darf ich in den Busch schießen? Nö, weil das ist unnötiger Stress. Was? Was für Stress? Hier ist kein Schwein. Ist doch scheißegal. Diskutier nicht mit mir. Das darf ich nicht achten. Wie ist das denn? Wie gehört das? Ich bin ne Bussi. Ha, dein Schnauze. Ist die im Busch? Nö, die ist die am Rumsprayen. In nem Gangturf. Weil die nicht mehr einen Lappen am Zaun hat. Wo kein Schwein ist. Und wollen schon. Heul nicht um. Mit heil Schnauze profitier nicht. Ja, das heißt mich. Jetzt komm her. Ich bin doch hier. Wo bist du denn? Das ist ne Pussi. Eine Pussi. Ein Schwein da und der holt rum. Geh mir nicht auf den... Du nervst richtig, ne? Boah, die geht mir richtig auf Feier. Wo ist denn? Ach mir scheißegal, du verricken hier. Da vorne ist ne Brücke zum Kanal. Da können wir die runterwerfen. Und dann aufessen. Nein, dann wird die von dem Wasser ins Meer gespülen. Ach so. Ja, ist auch noch. Leon? Hier? Oh, jetzt gehst du auch fest. Was? Geh mir nicht auf den Nerven. Hallo. Hallo. Dann zick halt rum wie so ein... Boah. Boah. Hier hat das B-Wort gesetzt. Ich bin am Essen gewesen, du Pannerin. Heul doch. Heul doch. Treff erstmal richtig. Heul doch. Ja, treff erstmal. Dann können wir reden. Heul doch. Ich bin Mila, ich mach den ganzen Tag nur Faxen und akzeptier nicht, wenn ich mal einen Schiss bekomme. Ich bin Kertis, ich bin ne Bitch und heile rum, weil jemand in ner anderen Turf ist und rumsprayt davon kein Scheiß. Trägst du den Scheiß aus? Oder wir? Was? Trägst du den Scheiß aus? Ich komm den Scheiß aus. Das ist kein Problem. Was willst du denn da machen? Willst du mit der Knarre werfen? Triffst du eh nix. Ja, hau halt. Lässt du die jetzt nach Hause laufen? Mir scheißegal, die sind immer nicht auf dem Sack gehen. Wee. Rennen die Grof rein und ist am rumsprayen. Soll ich die verheiratet? Und ich frag die, wer trägt das denn aus, wenn die dich dabei wischen? Ja, ich trag das aus. Habe ich zu dir gesagt, was machst du denn? Wirfst du die Waffe, du triffst doch eh nix. Soll keine Welle machen. Ich hab ne wichtige Frage. Seit wann kann man sich hier Styroporbecher kaufen? Wie kann man nur so viel Angst haben? Echt? Weil sonst was da ist. Du hast Angst. Was für unnötiger Stress. Ich mach dir das kurz. Sag mal, bist du irgendwie gegangen, Wikipedia, dass du mir ne Ansage machen kannst jetzt? Warum? Das mach ich für ne Ansage. Das mach ich für ne Ansage. Was laberst du für ein Bullshit? Oh, hi Code, ja? Einen Moment bitte. Was für ein Bullshit? Du provozierst unnötig. Womit denn? Mit deinem Rumgespray. Das ist ein Gangturf, das ist nicht der Junkie Park. Oh, und das haben wir bei den Cops. Gib die mir auf Eier. Hast du Gang-Wikipedia gesagt? Hört das? Was? Das haben wir bei den Cops nicht gemacht? Alles klar, ich gebe an. Das war doch genau dasselbe. Boah, ich will die bis hier hinten rücken. Ist die Polizei, ne? Ist das ne Gang? Ja. Hast du schon mal was von Gangkultur mitbekommen? In deiner Wendy, die du immer liest? Ja, zufällig schon. Zufällig schon. Dann wüsstest du auch, dass ne Gang ihr Revier markiert mit ihren Graffitis. Und wenn du hingehst und die übersprühst, ist das ne Kriegsansage, ne? Ja, mit ihren Einhorn-Graffitis, toll. Was für Einhorn-Graffitis, laber kein Scheiß. Boah, was ist denn jetzt, man? Warum zickst du denn rum? Ich zick nicht, ich will einfach nur Stress zu meinen. Du zickst die ganze Zeit rum. Ich hab nur gesagt, ich will einfach hier ein bisschen was. Du? Ich hörte es gerade nur so. Du weißt doch auch irgendwelche Sachen über, oder nicht? Ja, aber doch nicht in nem Gang, da. Auch mit deinem Namen. Ja, aber wir gehen nicht zu den Yardis in ne Projektmappe und sprayen da. Ja, und dann zu irgendein Gang, die so undercover ist. Und? Die keiner kennt. Und dann kommen die her und machen dann auch Stress. Und was, wenn die dann krass sind, hä? Du denkst auch nicht weiter als 5 Meter. Was? Boah, bitte hör auf, darüber zu reden. Du hast keine Ahnung. Ja gut, dann verpiss dich doch. Ja komm, gut. Ey Jonny, wo hast du eigentlich Kylo gelassen? Nee, das letzte Satz war, oh gut, dann verpiss dich doch nicht aufgelegt. Am Clubwork, Hube! Die sind auch schon wieder weg, ne? Boah, die will mir irgendwas erzählen, ne? Hast du eine neue Frau? Nein. Ich schlack mir nie wieder einen. Ich schlack mir nie wieder einen. Nie wieder lächelst du einen. Warum nicht? Das wird Loner. Das wird Loner. Katharina, Natascha. Ich will was Asiatisch ist. Habt ihr jetzt Schluss? Das ist schon Teddy. Hat die Schnauze drin. Sie spielt hier garantiert auch den Teddy mit Fels überall an den Beinen und Armen und so. Ich glaube, wenn du genutzt hast, sie macht dir auch den Teddy. Weißt du, was ihr Gegenargument war? Weißt du, was ihr Gegenargument war, warum die nicht in einem Gang-Turf sollt? Ja, aber wir haben das beim PD auch gemacht. Manchmal kann ich ja verstehen. Die Cops benehmen sich manchmal auch wie so Gang-Typen. Aber nur manchmal. Weil sprayen die bei dir an und wann die Kops. Stehst du morgens auf, kommst drauf, steht alles bei dir an. Die Gang-Member verstehen das aber hier auch nicht, wenn man hier ihr Turf sprayt. Was zum Turf war das für ein Geräusch? Da hat wohl der Boden geknarzt. Du gehst trotzdem nicht in irgendeinen Turf oder Hood oder und machst da irgendwelche Graffitis hin. Die checken das sowieso hier nicht. Du willst mein Hood haben? Kein Problem. Warte, hier kriegst du mein Hood. Da, hast du Hood. Ach nee, warte. Geht nicht, scheiße. Warum hab ich's nicht? Ich will Hood. Ja, warte, warte. Ich weiß, ich weiß, was das war. Du hast gar kein Argument. Das mach ich bei den Yardish, weil ich die kenn. Ich geh nicht zu der Grove oder zu der anderen Gegend und mach der Hood ist kaputt. Heb dann jetzt nicht auf, ne? Du wolltest doch Hood haben. Ich heb dann aber nicht auf. Mir doch egal. Kauf ich neuen. Mimimi. Tidy bin Lüge. Kids Schmö. Und was gibt's Neues hier bei euch? Ich würde meinem liebsten in den Kopf schießen. Hier, brauchst du Katalog, Frau? Nein, das ist viel zu viele Matsche. Nein, ich will keinen großen Katalog. Warum nicht? Aber die Billig. Die macht ja auch die Pärzige. Und gut zu liefern. Ja, richtig. Wir werden noch auf den nächsten Schiff packen. Ist morgen da? Weißt du, die redet immer so, mach lieber lang, mach lieber gut. Ich bin so geil. Ach, so gut. Ich nehme einfach Bumblebee und dann bleibe ich alleine. Und fordert Geld. Aber ist das einmal Einkaufspreis oder musst du die immer wieder bezahlen? Dann kommt die Hundliebe vorbei. Die Hundliebe. Weißt du, dass du schlitzst, kannst du Karte durchstehen. Luki-Zuki ist ein. So buku. Dann hol ich die Cherry. Dann kommt die Lebe. Die macht nix aus den ganzen Tag mein Auto fahren. Und die hat Wiedweg auch. Beum. Ode. Darf ich wieder ein Weedweg rauchen gehört? Uiuiui. Ich schwör, die würden so gut zusammen passen eigentlich, ne? Hm? Der eine ist stoned und labert den ganzen Tag an, die andere ist stoned und redet das gar nicht. Wer, wo, was? Ich würde es euch super verständigen. Wer denn? Hallo, bist du ein Dungon? Dungon-Rewi. Bist du ein Rewi? Da geht ja gar nichts mehr voran, weil ich dann noch genau so eine Schlafftablette wie mich neben mir liegen habe. Bist du nicht mehr diese Skale zusammen, Dungon? Was für eine... Ja, Pferabbel. Pferabbel. Ui, ui. Wunde Punkte, wunde Punkte. Was für Skale. Skale entliebt dich. Hast du nicht letztes Mal für die ein Gedicht geschrieben und so? Ja, was? Ich kann nicht mehr schreiben, Alter. Ich kann nicht mehr schreiben, sag ich mal. Du kannst mal lesen, Junge. Ich male irgendwelche Zahlen aufs Papier und seines Buchstaben. Feine, Dankeschön für den Buchstaben. Ich kann auch keinen ganz normalen. Danke. Wer denn? Und Julian, Dankeschön für den Gifte-Zappern. Ich komme hier mit. Und Jack Stevie, Dankeschön für den Prime. Und Iron Patriot, Dankeschön für den Prime 13. Dann kann da dir keiner lesen. Ich kann lesen. Es geht ums Malen. Aber normalen kann ich nicht. Ja. Was haben wir jetzt wieder fünf Wochen Beef? Kann das alle hören. Fünf Wochen? Hm. Boah, ich glaube, warte mal. Ich habe mich gegenwokussiert und scheiß. Bei 24. Ich glaube, so lange hatten wir noch gar keinen Steil. Aber gefühlt. Gefühlt? Ja. Denn dein Gefühl, ganz schön. Kannst du einfach auf mich hören? Kannst du mich nicht anzicken? Ich zicke dich nicht an. Jawohl. Du zickst immer gleich sofort. Das ist kein Zicke. Boah, dann komm nicht mit. Boah, was machst du da? Zicke. Du willst ein Zicke. Das macht man aber nicht. Ja, aber manchmal bist du eben ein Zicke. Ja. Ja, dann kannst du das einfach so sagen. Nein, dann kannst du das einfach so sagen. Boah, du warst voll süß am Ende. Okay, Mila, kannst du bitte nicht in irgendwelche Hoods rennen und das sprayen? Egal, ob bei der Grove oder bei den Nadis. Außer bei den Nadis schon. Da gehen wir Autos verkluppen. Aber manchmal weiß ich nicht, wo ein Hood ist. Was dann? Da, wo Gangs abhängen. Richtige Gangs. Keine Dögen wie wir. Aber ich weiß ja nicht, wo hängen Gangs ab. Ja, das siehst du schon. Wenn überall einfarbige Autos rumstehen. Ich wünschte, dass wir so einfach wie früher einfach einen LKW vorstellen. Oder brennende Mülltonnen. Mach es einfach nicht. Ja, ich spell einfach nicht mehr. Ich setze meine Karriereanlage. Du kannst überall sprayen, nur nicht in sowas. Ja. Spampark, PD, Stadtpark, Pandapark, Gangpark. Warte, Stadtpark ist doch Pandapark. Ja, meinst du? Ein bisschen dumm kann das sein. Fällt dir das Herz jetzt auf? Nee, eigentlich schon öfter. Diese eine Mal, egal. Will ich jetzt nicht thematisieren, weil JFK vor mir steht. Wolltest du echt wahrlich für dich, dann könnte ich keiner mehr ernst nehmen. Spul den ein. Ich soll JFK anspülen? Ja. Oh, nee. Ich komm gleich zurück. Dann Yala. Was, Yala? Ja, Yala. Was heißt das? Chababs button. Bis gleich. Wie bitte? Chababs button. Bis gleich. Chababs button. Boah. Boah. Guck die Mensch auf den Sack. Die waren doch alle noch Dingens, Alter. 70er Jahre. Hat das nicht mehr getan, BT? Nicht getroffen, Loser. Ich glaub, wenn unser Boxing da ist, will der Slava sich mal prügeln gegen einen von uns. Boah, der Boxing ist dauernd besetzt von mir und BT, Alter. Locker, der wird glühend und brennen, ich sag's ja. Aber Kört, meinst du, dass ich dann Sonntag lieber vor Ort dahin gehen soll mit dem Gewerbeschein? Anmeldungsscheiß? Na klar, im Bessertsbriefkasten. Also muss ich bis Sonntag schon fertig sein damit? Ja. Wann hast du denn du mal Zeit dafür? Gefühlt nie. Perfekt. Das passt perfekt mit meinem Terminkalender überein. Lass es morgen machen. Komm morgen um 17 Uhr. 17 Uhr morgen. Im Junke Park. Wartest du morgen? Da hab ich den bei seinem Gewerbeding. Okay, und wie sieht es jetzt aus? Wer hat's hergerufen? Mila? Und wir lieb haben oder immer noch? Ja, küssen? Nein. Braucht du doch keine Fahrtherapie mit Mr. Bean? Mr. Bean braucht eine ganz andere Therapie. Warte. Ich glaube, der multiple Persönlichkeitsstörung. Nur zeitweise. Manchmal ist der Bean, da siehst du. Da geht's schon wieder los. Vielleicht waren das die falschen Prüren. Manchmal ist er ein B-Team, manchmal bist du Bean, manchmal ist er der Rohrcup vom Freigln-MC. Manchmal ist er die Security-Garne. Oder auf dem Penner, ne? Oder Dirty Mike. Siehst du, was ist eigentlich mit eurem Fußball-Dings hier? Ja, die Kuppers sind nicht gekommen, die wollten nicht gegen uns Fußweg zogen. Wir haben Angst für das Spiel. Wir haben Schale geholt. Heavy Fußball. Die haben mit dem Fußball gespielt, oben, beim Lust-MC. Darunter ist ein Fußballfeld. Ja, aber ihr foult nur. Nein. Okay, wann? Warum sind die so langsam, dass die werden des Laufens verhauen? Sonntag? Okay. Erster FC Junkie Park kommt morgen in die Ardyshut. Damit ihr bescheiden wisst. Machen euch Kampfer im Sange. Warum? Die Leute sauer. Das hätt ich mir ja gemacht. Ach, jetzt haben wir Schnauze. Nein, ich werde immer weggeschickt. Ich darf da nicht hin. Mr. Howard Schofield live. Vielen Dank für den Zappen. Herzlich willkommen und Dankeschön für den Zappen. Ja, hab ich Anschluss bekommen. Ja, aber du ins Auto gegangen bist. Immer schön bedankt, was Alpino schreckt. Nein. Hier ist Seven, Deadly, Zimba, Aldessa, Jesko und Hermanns. Das war einfach danach. Haben mich krebsmal weggeschickt. Ja, und womit? Gut verboten, Alter. Das wird sauer werden, wenn ich da bin. Mir wird sauer. Nee, ich gehe da nicht mehr. Ach, das ist der Herr drackige Dan. Guck, Bruder, wir haben noch vieles vor, Alter. Habt ihr wohl ein wenig. Ihr machte also eure eigene Clique auf. Nee, ich bin Abwech, ich bin Backstapper. Aber du bist auch Gringo von den Maxis, ne? Du machst hier Schiri, du machst das. Und die Stimme. Hier, abseits und so. Linienrichter, meinst du? Genau, richtig, so heißt das. Aus rein, Jungs. Ich fahr jetzt auch im Park. Ich fahr jetzt auch im Park. Was du nicht Gringo? Ich schau euch ein. Er hört euch sehr ähnlich. Morgen, 17 Uhr. Morgen, 17 Uhr. Ich hoffe, das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Nichts passiert? Nee, nee, nichts passiert. Boah, war das knapp, du. Jesus Maria, Emil Josef. Ich muss noch kurz tanken. War vorsichtig, ne? Tschüss, Daniel. Schlaf gut. Immer schön schlau reinhalten. Erst rausnehmen, wenn es fertig ist, wenn es voll ist. Bist du bescheuert? Warum? Aber nicht so eine Lümmeltode. Was für eine Tüte? Sonst kommt wieder so ein Typ wie du, wird dann geboren. Achs. Aber... ...fällige Sau, du. Schlaf gut, Daniel. Tschüss. Tausend Dollar Rechnung, Benzin. Du rauchst an der Tankstelle, Daniel? Das war mein Clicker. Ich rauch kein nix. Ja, ja. Ich rauch nicht. Ich mag keinen Tabak. Das sind Duftkarten. Das ist Junkie. Überfahr die. Boah, nee. Das kann sein, dass das nur deine Karre ist. Wir haben mit den allen Ehren behalten. Fahr allein mal damit rum. Ja? Wir sind im Park, ne? Ja, ich bin auch da. Ich hab... Hast du Tapette? Tapette? Wo hast du einen? Ibu? Ähm... Nee, aber ich muss eh noch zur Apotheke. Ja, dann lass doch kurz hinfahren. Ja? Lass kurz hinfahren. Ja, okay. Ich warte beim Stirling. Ja. Kurz Apotheke. Ja. 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 Es ist einfach immer zickstrum. Ja, nicht so. Was lachst Du schon, ähm. Golbert? Ja. Damit, wo? Was lacht Du schon will da? Wer? Jun, ich loh den. Achso, okay. Das denn doch. Weil der parkt das nicht. Nate, wann kommst du mal wieder in der Pommes? Hallo Pommes, niemand gib mal leih. Ich brauch sechs. Was brauchst du? Sechs. Danke, tschüss. Dankeschön. Warte mal, du brauchst sechs? Sechs. Das sag ich doch. Nein, sechs wie das, was nach fünf kommt. Sechs. Achso, warte, mach ich wieder zu. Was? Ich dachte, wir knutschen bis in den Maul, du. Das soll ich jetzt nein. Aua. Was denn? Was hast du? Schöne. Schönste Autumspiel. Nate Vegas bin in der Freispiele. Ja, ja. Ja, der hat voll... Das hab ich ja bei uns zum ersten Mal, Alter. Ich bin in der Freude spiele, Junge. Das ist nicht schlecht, Junge. Wie geht's euch so, Chat? Macht doch so gut. Freut mich. Was passiert? Ähm, ja. Dankeschön, Baba. Das Handjubbke! Ich hab den gehauen. Ich hab den Ich hab den. Ich hab den. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020